So, heute soll es dann um die romanischen Sprachen gehen. Ja, Sie wissen natürlich schon aus den vergangenen Sitzungen, dass die romanischen Sprachen aus dem gesprochenen Latein entstanden sind, was man auch Vulgär-Latein nennt. Also nur zur Erinnerung, Vulgär-Latein ist nur ein anderer Ausdruck für gesprochenes Latein. Das heißt nicht irgendwie jetzt schlecht oder so oder vulgär, sondern das vulgär kommt aus dem, das ist eigentlich ein Lehnwort aus dem Lateinischen, vulgaris, volks, Latein heißt das, vom Volke her zum Volke höre ich, vulgaris, sermo vulgaris, also die volkstümliche Sprache und das ist eben das gesprochene Latein und dieses gesprochene Latein existiert natürlich schon sehr lange. Also immer dann, wenn man auch Latein schreibt oder sogar noch länger als man es schreibt, spricht man es auch. Also Sie sollten nicht denken, dass das Vulgär-Latein irgendwie so ein schlechtes, spätes Latein ist. Es gibt manche Leute, die glauben, ja, das ist irgendwie verderbt oder so. Also irgendwie so Latein, was nicht mehr so richtig ist, dass es nach der klassischen Zeit auftritt. Das stimmt nicht. Also wenn wir uns anschauen, wenn wir nach Quellen suchen, um zu sehen, wie die Leute wohl gesprochen haben, mögen, dann greift man oft auf sehr alte Quellen zurück. Also Quellen aus vorklassischer Zeit. Da gibt es nämlich Komödien und Komödien ist es immer so, da wollen die Autoren, die Dramatiker, eben irgendwie auch, so schreiben wir die Leute wirklich sprechen. Das heißt, da haben wir so ein bisschen Hinweis auf das gesprochene Latein. Und dieses gesprochene Latein, dass wir nicht so gut rankommen, weil wir natürlich vor allen Dingen schriftliche Quellen haben, das ist der Ausgangspunkt für die romanische Sprache. Und ein weiterer Irrtum, dem man oft begegnet, ist, dass die Leute glauben, dass das Latein selbst auch eine romanische Sprache ist. Das ist nicht der Fall. Also die romanischen Sprachen sind diejenigen, die aus dem gesprochenen Latein entstanden sind. Ich hatte auch schon mal darauf hingewiesen, dass natürlich das geschriebene Latein schon auch eine gewisse Bedeutung hat für die romanischen Sprachen und nicht nur für die romanischen Sprachen, sondern für alle Sprachen in Europa, weil man in Europa bis etwa 1500 praktisch nur auf Lateinisch geschrieben hat. Es gibt so ein paar literarische Quellen, die vielleicht anders sind. Aber die vorherrschende Schriftsprache, also immer, wenn es wichtig wurde, war tatsächlich das Lateinische. Und zwar diesmal tatsächlich nicht mehr das klassische Lateinische, sondern so eine späte oder mittelalterliche Form des Lateinischen. Und dieses mittellateinische, also das mittelalterliche Lateinische, das ist natürlich jetzt, steht in Kontakt zu den gesprochenen romanischen Sprachen und beeinflusst die. Das heißt also insbesondere kann man wiederum Wörter aus dem geschriebenen Latein entlehnen. Und so kann es passieren, dass man ein Wort entlehnt, was es schon gibt, das aber eine andere Form und eine andere Bedeutung hat, wenn es aus dem gesprochenen Latein stammt. Also hier mal gleich ein Beispiel. Es gibt unzählige Beispiele, aber ein Beispiel, was man immer gerne findet in den Lehrbüchern. Dieses lateinische Wort, weil die lateinischen Wörter den romanischen oft ähnlich sehen, schreibt man die lateinischen Wörter dann mit so kleinen Großbuchstaben, sogenannten Kapitälchen, um zu zeigen, das soll jetzt Latein sein. Also Causa ist der Ursprung für eben romanische Wörter. Und im gesprochenen Latein hat sich eben Causa weiterentwickelt. Und wir finden das jetzt in den romanischen Sprachen in solchen Formen. Also Causa auf Italienisch, Causa auf Spanisch oder Causa portugiesisch oder eben Causa auf Französisch. Und das sind sogenannte ererbte Wörter oder Erbwörter, die also aus dem gesprochenen Latein entstanden sind. Da sind bestimmte lautliche Veränderungen, die haben da stattgefunden. Das Au wird so O, das K, was man C schreibt, im lateinischen ist im Französischen zu Sch geworden, wie bei Zwischenstufen. Ja, und das lateinische, eigentlich stimmlose, es Causa ist in manchen romanischen Sprachen stimmhaft geworden. Im Spanischen nicht, aber im Französischen, auf Italienisch, Causa, auch natürlich oft stimmhaft. Ja, und jetzt sind diese Sprachen, die diese Wörter, Causa oder Chose, bereits haben, im Mittelalter wieder in Kontakt mit dem geschriebenen Latein. Und da taucht natürlich das Wort Causa auf. Und zwar insbesondere, wenn es um Angelegenheiten geht, die vor Gericht verhandelt werden. Und da haben wir dann Causa wieder, wird dann wieder entlehnt. Im Französisch dann Cose, da verändert sich das lautlich wieder. Und dieses Wort gibt es dann immer auch noch in den romanischen Sprachen. Das heißt, wir haben eine sogenannte Doublette. Wir haben im italienischen Causa und Causa. Causa ist der Grund und auch die Angelegenheit. Causa, die Sache. Spanisch genauso, Causa, Causa. Und Französisch auch. Caus, den Grund oder auch die Angelegenheit. Und Chose, die Sache. Und Sie sehen, das sind eben typische Doubletten. Und davon gibt es unzählige. Also das dient hier jetzt nur mal zur Illustration der Beziehung von geschriebenem und gesprochenem Latein. Das gesprochene Latein gibt halt Wörter weiter. Die nennt man dann Erbwörter. Die sind oft stark verändert. Und aus dem geschriebenen Latein wird später im Mittelalter wieder etwas entlehnt. Und so haben wir mit dem gleichen Etimon, also mit dem gleichen Ausgangswort, verschiedene Wörter. Entwickelt durch diesen, das ist dieser, wird angezeigt durch diesen Pfeil ohne Schwanz. Das heißt entwickelt, entsteht aus. Und hier dieser Pfeil mit Schwanz ist einfach nur zu zeigen, dass da auch noch was anderes da ist. Etwas, was entlehnt wurde. Ja, gut. Also, soviel zur Rolle des geschriebenen Lateins. Immer noch in der Entwicklung. Aber das gesprochene Latein interessiert uns. Denn daraus entstehen die romanischen Sprachen. Und heute soll es eben um diese romanischen Sprachen gehen. Ich möchte da Ihnen die Vielfalt näher bringen. Das wird oft übersehen. Viele von Ihnen studieren ja genau eine Sprache. Französisch, Spanisch, wünschlicherweise für das Lehramt. Gelegentlich habe ich dann je nicht. Und dann denkt man sich, naja. Mein Fach ist eigentlich, sagen wir mal, Französisch. Aber an der Universität heißt das eben Romanistik. Weil man eben nicht nur diese eine Sprache betrachtet, sondern eben ganz viele, die miteinander verwandt sind. Diese Herangehensweise hat sich im 19. Jahrhundert entwickelt. Man hat die Sprachverwandtschaften vor allen Dingen im 19. Jahrhundert entdeckt. Vielleicht schon Ende des 18. Jahrhunderts, aber vor allen Dingen im 19. Jahrhundert. Und hat dann tatsächlich an den Universitäten Fächer gebildet nach Sprachfamilien. Also man hat sich die germanische Sprache angeschaut und hat dann die Germanistik gegründet. Und man hat sich die romanische Sprache angeschaut und hat dann die Romanistik gegründet. Und dann hat es später so eine Weiterentwicklung gegeben, insbesondere im deutschsprachigen Raum, wo man dann gesagt hat, naja, für uns ist in der Germanistik eigentlich nur das Deutsche wichtig. Und deshalb heißt heute das Fach Deutsch-Germanistik. Das ist aber ein Etikettenschwindel, denn die machen da eigentlich nur Deutsch. Die machen da nicht alle germanische Sprache. Gelegentlich kann man da nochmal Grotisch machen. Aber Niederländisch, Schwedisch, Isländisch, das sind zwar germanische Sprachen, die man in der Germanistik behandeln müsste, aber die spielen in der universitären Germanistik in Deutschland keine Rolle mehr. Man hat sogar die Institute umstrukturiert. Also früher war es tatsächlich so, dass die Skandinavistik eine Abteilung des Seminars für Germanistik war oder auch die Niederlandistik. Und heute sind das eben Fächer für sich. Und am deutlichsten sieht man das an dem Fach Anglistik. Das war auch mal Germanistik. Aber es ist heute tatsächlich ein Fach für sich und nennt sich hochtrabend Anglistik, was so vergleichbar ist mit Germanistik und Romanistik. Also so ein lateinischer, lateinische Bezeichnung beschränkt es sich aber nur mit Englisch. Das sollte eigentlich nicht so sein. Also wenn man schon Anglistik sagt, dann müsste man sagen, noch mehr machen, was ja Englisch ist. Aber von den Angeln ist es halt nur noch eine Sprache, die relevant ist, und das ist das Englische. Nicht noch irgendwas anderes. Es gibt so Ansätze in der Anglistik, dass man sagt, naja, die Kältologie gehört auch irgendwie zu uns. Weil insbesondere in Großbritannien eben auch noch keltische Sprachen bestehen. Aber das ist dann schon so ein bisschen exotisch. Also die meisten Anglisten beschäftigen sich nur mit dem Englischen. Und dann gibt es noch mehr Etikettenschwindel, auch in Bamberg. Dann gibt es dann eine Amerikanistik. Und in Bamberg beschäftigt sich die Amerikanistik irrigerweise mit amerikanischer Literatur. Ursprünglich bedeutet Amerikanistik aber was anderes. Ursprünglich beschäftigt sich die Amerikanistik mit den Sprachen der amerikanischen Ureinwohner. Also wenn Sie Amerikanistik hören, kann es sein, also früher in Europa, heute vielleicht noch in Nordamerika, dass es da um ganz was anderes geht. Nämlich um amerikanische Ureinwohner und deren Sprachen und Kulturen und Literaturen. Ja, also von Amerikanistik zu sprechen, dann aber englische Literatur zu machen, finde ich wirklich etikettisch. Aber das sehen natürlich die Kollegen hier anders. Die denken, naja klar, Amerikanistik ist englische Literatur. Aber eigentlich ist das so eine Form von Kolonialismus, wenn man sagt, naja, englische Literatur heißt Amerikanistik. Es ist eigentlich nicht Amerika. Ja, und zudem aus romanistischer Sicht sowieso gehört natürlich Lateinamerika auch zu Amerika, beziehungsweise die meisten Amerikaner sprechen eine romanische Sprache. Nämlich die Südamerikaner und die Mittelamerikaner. Und das sind schon sehr viele. Und ein paar Kanadier sprechen auch noch eine romanische Sprache, nämlich Französisch. Ja, gut, aber wir wollen uns ja heute hier mit den romanischen Sprachen beschäftigen. In der Romanistik ist das mit der Vielsprachigkeit so geblieben. Da wird also jetzt nicht einfach gesagt, wir machen nur Französisch, sondern wir machen auch noch Spanisch und Italienisch. Und noch viele waren andere Sprachen. Und um die anderen Sprachen soll es heute vor allen Dingen gehen. Wenn Sie sich selber informieren wollen, gibt es viel Literatur und es gibt auch sehr gute Literatur. Gerade in Deutschland hat man sich mit der Vielfalt der romanischen Sprachen sehr ausgiebig beschäftigt, sodass also zwei der hier genannten Autoren Deutsche sind. Georg Bossong, der vielleicht für einen Schweizer gehalten wird, weil er an der Universität Zürich Professor ist, ist aber Deutscher, hat eine wirklich sehr schöne Abwandlung über die romanischen Sprachen verfasst. Die ich wirklich sehr empfehlen kann. Dann gibt es noch Jürgen Clausenburger, der hat zwar auf Englisch geschrieben, ist aber, wie man am Namen unschwer erkennen kann, auch aus dem deutschsprachigen Raum. Bin ich ganz sicher, ob er Deutscher ist, könnte er auch Österreicher sein. Auf jeden Fall hier in München publiziert, auch wenn in englischer Sprache, The Course in the Romance Linguistics. Da werden nicht einfach nur die romanischen Sprachen vorgestellt, sondern dann geht es insbesondere um linguistische Aspekte der romanischen Sprache. Da wird also ein Sprachvergleich durchgeführt im Hinblick auf phonetische Merkmale, auf morphologische Merkmale, während bei Bossong schon die einzelnen Sprachen im Vordergrund stehen. Also wenn ich jetzt hier spreche, orientiere ich mich vielleicht mehr an der Herangehensweise von Georg Bossong. Ja, dann habe ich das, wenn Sie vergleichen mit dem, was ich schon veröffentlicht habe, im VNC habe ich hier noch etwas entdeckt, kurzfristig, was auch ziemlich schön ist, mit vielen Karten. Aus Moskau, RAS ist die Russische Akademie der Wissenschaften. Eben ein kleiner Atlas der romanischen Sprachen, und da werden Sie dann auch Karten sehen aus dem Atlas, beziehungsweise eine Übersicht, die ich auch in den VNC gestellt habe. Also das ist eine Neuentdeckung von mir, aber wirklich interessant. Und dann gibt es noch einen Klassiker, Rebecca Posner, diesmal eine Amerikanerin, The Romance Languages. Da haben Sie dann nochmal was auf Englisch, was ungefähr so ist, wie die romanische Sprache von Bossong. Und das ist so das gleiche Niveau. Das von Bossong ist halt ein bisschen neuerer. So, was Bossong auch macht, Posner ein bisschen, aber vor allen Dingen Bossong, ist die Sprachen zu vergleichen. Und wenn man Sprachen vergleichen will, kann man das tun, indem man nicht so sehr die Sprachverwandtschaft betrachtet, sondern versucht zu vergleichen, wie jetzt bestimmte Dinge ausgedrückt werden, unabhängig von Verwandtschaftsbeziehungen. Das nennt man dann typologisch. Typologisch. Und die andere Herangehensweise ist tatsächlich über Sprachverwandtschaft. Also wenn man historisch guckt, wie sind die Sprachen entstanden, aus welchen Sprachen sind die entstanden, gibt es eine gemeinsame Quelle, wie bei den romanischen Sprachen, dann macht man den Vergleich über die Sprachfamilien. Das muss man nicht machen. Man kann auch von den Sprachfamilien absehen und sich einfach fragen, ja, schauen wir doch mal, wahrscheinlich muss man irgendwie Vergangenheit zum Ausdruck bringen und dann schauen wir mal, wie in verschiedenen Sprachen die Vergangenheit ausgedrückt wird und dann macht man es halt typologisch. Oder man schaut, wie ist das denn mit Sprachen, die miteinander verwandt sind, weil es da ähnlich sein muss. In Vergangenheit wird da wahrscheinlich ganz ähnlich ausgedrückt werden. Und da kann man eben auch diese typologische Perspektive verknüpfen mit der Verwandtschaft. Ja, und hier heute wollen wir so ein bisschen sehr diese sogenannte genealogische Herangehensweise nehmen, also genealogisch von der Verwandtschaft her. Also, die Nachfolgesprachen des gesprochenen Lateins, wollen wir betrachten. Ja. Und wenn Sie jetzt jemanden fragen, welche romanische Sprachen gibt es, dann finden Sie oft fünf. Hier sind diese fünf romanische Sprachen. Also Sie werden nachher natürlich noch viel, viel mehr kennenlernen, aber diese fünf sind offenbar die wichtigsten. in Portugiesisch, Spanisch, manchmal nennt man das auch Kastilisch, Französisch, Italienisch und Rumänisch. Und wenn man irgendwie sich einer Fragestellung nähert und auch keine Ahnung hat, guckt man erstmal, was die Leute so denken, was richtig ist. Und die Quelle dafür ist meistens die Wikipedia. Und tatsächlich, da finden Sie diese Sprachen dann auch auf einer Karte. Und das sind diese fünf. Und Sie sehen, die sind ziemlich gut verbreitet weltweit. Also, wenn Sie sich mal das Blaue anschauen, dann finden Sie sehr viele Gegenden der Welt, wo es irgendwelche blauen Flecken gibt. Das Blau ist Französisch und Dunkelblau ist Muttersprache Französisch. Da sind die Gegenden kleiner. Da sehen Sie einen Teil der Schweiz, Frankreich, Belgien. Und ich glaube, Luxemburg ist auch Dunkelblau. Oh, dass mit Luxemburg noch fraglich ist. Eigentlich ist Französisch da mehr Bildungsstrafe als Muttersprache. Und dann sehen Sie da einen Teil von Kanada, Dunkelblau. Das ist die Provinz Quebec. Das sieht groß aus, aber große Teile von Quebec sind ungewohnt. Aber in der Tat, dort ist Französisch ebenfalls Muttersprache und nicht nur Muttersprache, sondern sogar die einzige Amtssprache. Das klingt paradox. In Kanada ist zweisprachig. Und deshalb ist auch Kanada hellblau. Weil Sie überall in Kanada Französisch sprechen und schreiben können, weil das eine der beiden kanadische Sprachen ist. Und wenn Sie sich sozusagen mit Angelegenheiten beschäftigen, die ganz Kanada betreffen, können Sie das auch immer auf Englisch oder Französisch tun. Zum Beispiel einreisen. Da müssen Sie so ein Formular ausfüllen. Das können Sie auf Englisch tun oder auf Französisch. Aber wenn Sie mit der Verwaltung von Quebec zu tun haben, dann geht das am Ende nur auf Französisch. Obwohl es in Quebec eine Stadt gibt, nämlich Montréal, die offiziell zweisprachig ist. Aber die einzige Amtssprache der Provinz Quebec ist tatsächlich Französisch. Das ist etwas sonderbar. Aber natürlich können da auch alle Englisch. Also wenn Sie Englisch sprechen wollen, dann können Sie das tun. Wenn Sie anderswo Englisch sprechen wollen, außerhalb von Quebec, kann das schwierig werden. Natürlich müssen die Vertreter des Staates Kanada alle auf Französisch können. Aber das tun die ungern, da Französisch zu sprechen. Also wenn Sie mal einreisen nach Toronto, dann füllen Sie das Einreiseformular am besten auf Französisch aus. Und dann haben Sie wenig Scherereien, weil die Beamtin, die Sie da empfängt, möglicherweise gar nicht mit Ihnen Französisch sprechen will. Und maximal Bonjour sagt oder Bienvenue au Canada. Und das war es dann. Während, wenn Sie das auf Englisch ausgefüllt haben, werden Sie da erst mal gefragt, wo Sie hinwollen und ob Sie vielleicht irgendwelche Drogen dabei haben und was Sie sonst so im Schild führen. Genau. Umgekehrt geht es nicht so gut. Wenn Sie in Montréal landen und einreisen wollen und Englisch sprechen wollen, werden Sie auch getriezt. Vielleicht gerade deshalb. Also wie gesagt, das ist schwierig. Aber wie gesagt, Kanada ist da richtig und hellblau ist dann eben auch ein großer Teil von Afrika, wo eben Französisch offiziell Status hat und möglicherweise auch tatsächlich die einzige Sprache ist, die wirklich im ganzen Land verbindlich ist, weil eben die einheimischen Sprachen nur von einem Teil der Bevölkerung des entsprechenden Landes gesprochen hat. Und dann haben Sie noch das ganz helle Blau. Da ist Französisch irgendwie auch vorhanden, aber da wird es dann vielleicht schwierig mit Französisch. Da wäre es besser, wenn Sie dann vielleicht Arabisch sprechen. Ja, dann gibt es noch sehr viele Inseln, wo Französisch auch gesprochen wird, zum Teil, weil diese Inseln sogar direkt zu Frankreich herrschen. Also da im Atlantik, Martinique zum Beispiel oder Vanuatu und so, das sind tatsächlich immer noch konkrete Teile von Frankreich. Wenn Sie in Martinique im Dschungel ein Museum sehen, könnte es sein, dass da Dinge ausgestellt werden, die was mit Paris zu tun haben. Wenn man sich eben so sehr mit Frankreich identifiziert. Weil es ja Frankreich ist. Hat übrigens auch den Nebeneffekt, dass Frankreich das Land ist mit den meisten Seegebieten. Weil ja um jede Insel herum da so eine 7- oder 12-Meilen-Zone ist, die dann eben auch zu Frankreich gehört. Ja, gut. Portugiesisch ist natürlich auch eine Weltsprache, die sogar noch zusätzlich den besonderen Effekt hat, dass mehr Leute Portugiesisch in Brasilien sprechen als in Portugal. Und damit eigentlich das Kernland des Portugiesischen möglicherweise eher Brasilien als Portugal ist. Ist auch historisch so gewesen, dass teilweise, als Brasilien und Portugal noch ein Reich bildeten, dieses Reich von Brasilien aus regiert wurde. Und dann, dass es hier etwas heller eingefärbt, haben sie eben auch noch Portugiesisch in Afrika. Allerdings ist da wieder das Problem, dass dort eben auch einheimische Sprachen sind, die dann eher gesprochen werden. beziehungsweise da auf den Kapverdischen Inseln. Da ist zwar Portugiesisch, da ist Portugiesisch zwar irgendwie auch offizielle Sprache, aber man spricht dort eben eine Kreolsprache. Auf die Kreolsprache kommen wir dann heute auch nach. Oder das nächste Mal, je nachdem, wie wir zeitlich hinkommen. Ja. Dann haben wir noch Spanisch natürlich. Das sind ziemlich große Flächen auch. Dunkelgrün eben da, wo Spanisch tatsächlich die Muttersprache schlechthin ist. Und da haben sie auch noch so hellgrüne Flächen. Also Paraguay zum Beispiel, wo eben Guarani kooffiziell ist. Und wenn sie da wirklich leben wollen, sie eigentlich ohne Guarani auch nicht zurechtkommen. Oder aber wo in anderen Ländern Südamerikas, wo es andere eingeborene Sprachen, Quechua, Aymara gibt, die dann eben auch Muttersprache sind. Und dann eben letztlich Spanisch nur noch zwei Sprachen. Ja, was hatte ich? Frankreich, also Französisch. Frankreich, Französisch. Spanisch, Portugiesisch. Da haben wir schon drei von den fünf. Dann bleibt noch Italienisch. Das ist das Gelbe da. Jetzt territorial nicht sehr groß. Und dann haben wir noch Rumänisch. Was so ein bisschen über Rumänien hinausgeht. Wir werden das gleich noch genauer sehen. Und damit haben wir dann eben tatsächlich diese fünf romanische Sprachen, an die man immer denkt. Wenn Sie jetzt aber jemanden fragen, der ein bisschen besser sich auskennt, dann werden nicht nur diese fünf Sprachen genannt, die hier eben abgebildet sind auf der Karte aus der Wikipedia, sondern dann kommen da noch andere hinzu. Das Besondere wird gerne das Katalanische genannt. Das ist Ihnen vielleicht sogar schon mal begegnet. Und das Ozzitanische. Und damit haben wir sieben romanische Sprachen. Und diese sieben romanischen Sprachen, das Kriterium dafür ist, dass diese sieben romanischen Sprachen Literatur hervorgebracht haben. Und das Kriterium, eben diese sieben aufzuzählen, dann ist die Literatur, deshalb wird auch oft gesagt, das seien die romanischen Literatursprachen. Wir werden gleich noch sehen, es gibt ja noch mehr. Und das sind die sogenannten Literatursprachen. Da gibt es eine gewisse Abstufung. Rot hier eingefärbt sind die, die eben auch einen sehr offiziellen Status haben, die eben Sprachen von Staaten sind. Und das Katalanische habe ich hier orange eingefärbt, weil das auch einen offiziellen Status hat, aber eigentlich nur in Katalonien, in Valencia und auf den Balearen, innerhalb Spaniens, in einer Stadt in Italien, Algedo auf Sardinien. Das Katalanische heißt es La G. Das ist so eine Katalanische Kolonie. Und in Andorra. In Andorra ist es auch tatsächlich die Staatssprache, die Amtssprache. Da sind zwar Französisch und Spanisch auch verbreitet, aber die eigentliche, die einzige Amtssprache in Andorra ist Katalanisch. Deshalb kann man sogar sagen, es ist auch eine Staatssprache, weil Andorra, der Staat ist eben sehr kleiner. Und das wird halt oft übersehen. Und deshalb habe ich das hier so ein bisschen heller eingefärbt. Und das Occitanische hat eigentlich nirgendwo so einen offiziellen Status. Stimmt nicht ganz, aber ein bisschen vereinfacht dargestellt. Innerhalb des spanischen Staates gibt es die autonome Region Katalonien. Und innerhalb von Katalonien gibt es ein ganz kleines Gebiet, das Arantal. Wo das Occitanische auch immerhin einen offiziellen Status hat. Aber das ist jetzt wirklich so eine Besonderheit, die man vielleicht vernachlässigen kann. Und deshalb habe ich hier gesagt, das Occitanische ist nicht ganz so vergleichbar wie das mit dem Katalanischen. Deshalb etwas heller eingefärbt. Jetzt fehlt aber immer noch eine Sprache, die man auch noch nennen muss, wenn man diese Schiene mit den offiziellen Sprachen betrachtet. und das ist jetzt der Unterschied zu diesen sieben Sprachen, die jetzt nicht wirklich als Literatursprache gilt, weil sie nicht so eine Art Weltliteratur hervorgebracht hat. Und dann sind wir bei acht. Diese Sprache finden Sie hier unter sechs. Das ist das Rätoromanische, oder auch Bündleromanisch genannt. Eine Sprache, die offiziellen Status in der Schweiz hat. Und eben die vierte Schweizer Sprache ist, neben Deutsch, Französisch und Italienisch. Hier haben Sie die Schweiz, und da finden Sie, oder einen Teil der Schweiz, wir haben also hier den Osten der Schweiz, und da finden Sie das Sprachgebiet, was hier farblich eingefärbt ist. Wo man Rätoromanisch oder Bündleromanisch spricht. Das ist nämlich das Gebiet Graubünden, das Kanton Graubünden, mit den verschiedenen Varietäten. Und da sehen Sie auch schon das Problem, in großen Teilen Graubünden, es wird tatsächlich Deutsch gesprochen. Das ist das blaue Gebiet. Und dann, gibt es auch noch einen Teil, wo man Italienisch spricht, im Süden von Graubünden. Und der Rest ist halt tatsächlich bündnerromanisch-sprachig. Allerdings zerfällt das Bündnerromanische in verschiedene Dialekte. Und es gibt keine wirklich gemeinsame Sprache. Es ist inzwischen eine gemeinsame Schriftsprache entwickelt worden, aber gesprochen werden unterschiedliche Dialekte. Und die Leute sind dann auch sehr stolz auf ihren eigenen Dialekt und möchten den sprechen und nicht etwa den Dialekt eines anderen Gebietes. Also sprachlich ist das sehr zerklüftet. Und deshalb ist die Idee eines gemeinsamen Bündnerromanischen, des Räteromanischen, eher so die Idee einer Familie als einer einzelnen Sprache. Und deshalb fehlt das oft unter diesen sieben Literatursprachen. Und dann ist es so wirklich einheitliche Literatur. Natürlich gibt es dann entsprechend Dialektdichter, die auf Wallader schreiben. Das ist das Unterengadynische. Oder auf Sosseldisch. Aber, ja, die gemeinsame Literatische Tradition, die fehlt eben hier. Ja, dennoch für die Romanistik der Vollständigkeit halber, zumal das Räteromanische einen offiziellen Status hat, diese gemeinsame entwickelte Schriftsprache wird ja auch verwendet auf den Banknoten, auf den Schweizer Banknoten und in den Schweizer Pässen. Und, ja, deshalb sollte man das Räteromanische auf jeden Fall auch noch nennen. So, jetzt sind natürlich die Spanier vor allen Dingen nicht zufrieden. Denn da gibt es noch ein paar andere, die dann auch sagen, Moment, wir sprechen doch was anderes als in Madrid. und diese weiteren romanischen Sprachen haben auch zum Teil einen offiziellen, mehr oder weniger offiziellen Status. Da ist zunächst mal das Galizische zu nennen. In Galizien, also im Nordwesten Spaniens gesprochen. Und, ja, das sollte natürlich dann auch erwähnt werden. Auch dort gibt es ein Autonomiestatut und das Galizische hat dort auch einen gewissen Status. Das Problem ist, dass es da zwei verschiedene Schrifttraditionen gibt. Eine Schrifttradition, die sich stärker am Portugiesischen orientiert, weil das Galizische sehr eng verwandt ist mit dem Portugiesischen. Wohl einen gemeinsamen Ursprung auch hat. Und eine, die stärker am Spanischen orientiert ist. Und dennoch, wie gesagt, das Galizische sollte man da nennen. Und wenn man da schon dabei ist, dann gibt es auch noch, ich habe gleich noch eine Karte, da sehen Sie, wo das ist, zwischen Galizien und Castinien. Das ist noch Asturien und Leon, wo man eben auch Varietäten spricht, die vielleicht enger mit dem Spanischen zu tun haben. Asturisch und Leonesisch. So, jetzt sind wir schon mal zehn. Wie gesagt, Galizisch, Asturisch, Leonesisch haben auch in gewisser Weise einen offiziellen Status als Sprachen Spaniens. Im Gegensatz zu Occitanisch, was diesen Status praktisch nicht hat, nicht in der gleichen Weise. Und dann gibt es noch eine weitere Varietäte in Spanien, die sogar eine Varietät des Spanischen ist, nämlich Andalusisch, mit weniger offiziellem Status, deshalb hier jetzt nicht farblich gekennzeichnet. Und Andalusisch ist tatsächlich eine Varietät des Spanischen. Also Galizisch, Asturisch, Leonesisch sind keine Varietäten des Spanischen, in dem Sinne wie Andalusisch. Also Andalusisch ist tatsächlich aus dem Spanischen entstanden. Wie gesagt, wir werden das gleich noch auf Karten sehen. Während Galizisch und Asturisch-Leonesisch parallel zum Spanischen entstanden sind, aus dem gesprochenen Latein, also praktisch direkt aus dem gesprochenen Latein. Deshalb bezeichnet man sie eben als Primärdialekte und Andalusisch ist direkt aus dem Spanischen entstanden, wird deshalb eben auch als Tertiärdialekt bezeichnet. Auf die Sekundärdialekte kommen wir dann nach. So. Moment, was habe ich jetzt gemacht? Mal gucken. Ja, mit noch einer Sprache, mit offiziellem Status, die auch ein Primärdialekt ist, also aus dem Spanischen Latein direkt entstanden ist, die aber sehr eng verwandt ist mit dem Katalanischen und sozusagen einen Übergang darstellt zwischen Katalanisch und Kassinisch, das ist das Araconesische. Und das sollte man dann auch noch nennen. Jetzt haben wir eigentlich die Sprachen Spaniens mehr oder weniger vollständig. Aber das ist noch nicht alles. Jetzt wird meine Magnophonien so klein, dass ich die Lesung wieder brauche. Genau. Das waren die Sprachen Spaniens, die ich hier noch ein bisschen näher untersucht habe. Aber in Italien gibt es noch etwas, was ich bisher in der Lernen habe, wobei wir über Italienisch auch nochmal direkt sprechen müssen. Hier kommt aber auf jeden Fall noch eine Sprache dazu, die man nicht so gut zum Italienischen ordnen kann, obwohl es in Italien gesprochen wird, aber die ist sehr anders. Eigentlich überhaupt sehr anders unter den romanischen Sprachen. Das ist das Saharedisch auf Sardinien. Und das ist natürlich auch nochmal eine romanische Sprache. Das heißt, wir sind jetzt inzwischen schon bei zwölf Sprachen. Genau. Das sind die, die wir gerade hatten. Nein. Hier ist noch eine Änderung vorgenommen worden, nämlich dass, wenn wir bei Italien sind, es gibt noch Sprachen, die offenbar zum reteromanischen gehören, aber nicht in der Schweiz gesprochen werden. Das haben eben auch nicht als bündneromanisch bezeichnet werden können. Ja, aber doch irgendwie verwandelt es mit dem Rehmer. Das ist auch normalisch. Und diese sehr kleine Frage, ich glaube, total, was nach Miniter, nach Minich, wahrscheinlich von Lateinisch, in Sikiru, insbesondere, glaube ich, und das ist auch in Jaulich. In Jaulich. Die gehören in die reteromanische Gruppe. Aber wir sehen nachher noch Karten. Und jetzt haben wir immer noch nicht alle. Denn ich hatte Ihnen vorhin gesagt, dass das Aragonesische so einen Übergang darstellt zwischen katalanisch und kastilisch. Aber so ein Phänomen haben wir auch in Frankreich. Da gibt es nämlich einen Übergang zwischen Ozzitanisch und Französisch. Zitanisch im Süden Frankreich, Französisch im Norden Frankreich, und dann gibt es noch so ein Übergangsgebiet im Osten Frankreich, zwischen Süden und Norden. Und dort spricht man einen Kompromiss zwischen Ozzitanisch und Französisch. Und das nennt sich Frankoprovenzalisch. Dieser Name ist ein etwas kompliziertes Wort, was sich im 19. Jahrhundert in der Interimist ausgedacht hat, der festgestellt, dass es sein Übergangst Dialektik gibt, die weder Französisch noch Prometzalisch sind. Prometzalisch ist dann eine alte Bezeichnung der Britannik. Dann haben wir noch französisch Prometzalisch oder Frankoprovenzalisch. Wie gesagt, sehen wir nachher noch auf einer Karte und damit sind wir dann schon bei 13 Sprachen. Und die besondere Situation in Frankreich, die würde ich mir jetzt gerne als erstes noch mal etwas genauer ansehen, dann eben auch zu einer Karte kommen und dann eben die Situation des Spanischen und des Italienischen auch noch. Ja, die erste Gruppe, also das, was sich so um das Französische anordnet, wird als galloromanisch bezeichnet, galloromanisch, weil das was die Mädels waren, weil die Gallier unterwegs waren, das ist eben das Romanische der Gallier. Und da haben wir drei Gruppen, nämlich das Occitanische, das nannte ich schon, Occitanisch da steckt dieses Occ drin und tatsächlich auf Französisch sagt man Languedoc, Languedoc. Und im Norden des galloromanischen Sprachgebiets, da spricht man eben Dialekte, die man so Languedoy nennt, erzählt, Languedoy. Und dann dieser Übergangsbereich des Frankoborzahnchen. Was hat es mit dem Occ und dem Eu auf sich? Ja, das ist das Wort für ein Jahr. Und das ist mit einem Italiener Baselotten und 2009 zurück auf einen Italiener des Mittelalters, auf einen gewissen Herrn Damte, Alighieri, der hat nämlich bereits über diese verschiedenen romanischen Sprachen geschrieben und hat gesagt, naja, dein Norden sprechen genau da. und die sagen für ja auch. Wenn ich im Norden, sondern im Norden, also Lerner von Sylvorenz natürlich, den er überlebt hat und vor allen Dingen im Westen, er hat nämlich auch gemeint, dass das Spanische in diesen Bereich gehört, hat ja, stimmt, wir sind gewissend, und das Wort ist in das Wort für ja. Und dann gibt es Leute weiter enorm, die sagen, ja, oin, das ist die Frau von Ui, und dann das sind die Wörter vier. Occitanisch, das heißt Occitanisch eben, wegen des Ock, da heißt ja, heute auch, frühe Ock, und im Französischen heute und aus den Menschen geben, dann dahin zu Dank und sie. Ja, und dann hat man später noch zum anderen was die Ock und Eure und über Land beten in Oll und mit Warche, wo die Leute auch Oui sagen inzwischen, also wäre, was das Wort für Ja angeht, eine Longedoc, aber alle anderen Merkmale sprechen dafür, dass es, oder viele andere Merkmale, dass es eher nach Süden gehört. So, ja, also zur Longedoc gehört eben das Occitanische, was manche Leute auch Provenzalisch nennen, und zwar gibt es da verschiedene Unterfamilien oder Varietäten, Gascognisch, Zentraloxitanisch, Nordoxitanisch, das Provenzalische im engeren Sinne, also das Occitanische der Provence und dann noch das sogenannte Alpen-Occitanische in den Voralpen, vor allen Dingen Richtung Italien. Und dann haben wir die Longedoc, die Varietäten sind das Picardische, das Normanische, im Zentrum dann das, aus dem das die heutige französische Schriftsprache entstanden ist, im Osten Wallonisch, Lothringisch, Champagnisch, Burgundisch und im Süden Portovinisch und die Saint-Angie Dialekte. Ja, wie gesagt, wir brauchen eine Karte, kommt dann gleich noch, also zu sehen, da ist ziemlich viel Vielfalt. So, das Ganze bildet aber ein Kontinuum, das muss ich immer noch erklären, bevor wir uns Karten anschauen, ein sogenanntes Dialekt Kontinuum und das bedeutet, dass sich immer von Ort zu Ort der Dialekt nur ein ganz kleines bisschen ändert, wir können allerdings größere Einteilungen vornehmen und das macht man gewöhnlich so, dass man die West-Romania anschaut mit den Gruppen der Ibero-Romania, der Gallo-Romania und der nördlichen Italo-Romania, dann das Sarbische, was da rausfällt, dann haben wir die Ost-Romania mit dem Zentrum und Süden Italiens und wieder die Italo-Romania, das Zentrum und dann eben die Balkan-Romania oder auch Daco-Romania genannt, die ja ein obskures Volk gelebt hat und das Sarca, Panache hat, also das Gebiet von Rumänien als mehr, also Darum eine Romania zu machen, das ist in die ausfassend laufen, wie gesagt, das zeigen nachher auch noch die Karten, der wichtigste Schnitt geht mitten durch Italien, also ein Teil des italienischen Sprachgebiets oder des Gebiets der italienischen Dialekte gehört zur West-Romania und ein anderer Teil zur Ost-Romania. Hier habe ich es nochmal farblich dargestellt, westlich ist gelb, östlich ist rot und die Italo-Romania ist dazwischen und oft wird eben auch vom Saadischen gesagt, dass das irgendwie dazwischen steht. Das Saadische als Ganzes steht tatsächlich dazwischen und die Italo-Romania ist einfach in der Mitte geteilt. Genau, ja, also nochmal zur Gallo-Romania, ich sagte ja schon Languedoc, Languedoy und Franco-Provenzalisch habe ich einfach gesprochen, occitanisch mit verschiedenen Varietäten, die ich vorhin genannt habe, Languedoy ist im Grunde Französisch, jetzt verschiedenen Varietäten, hier haben wir heute kaum noch eine Rolle spielen und das Franco-Provenzalisch. Dann haben wir die Ibero-Romania mit Galizisch, Portugiesisch, gibt es noch Übergangs-Dialekte, Co-Dialekte des Portugiesischen, den wir gleich auf der Karte, Asturisch, Leonesisch, dann das Kastinische, Spanisch, einschließlich Andalusisch und anderen, dann dieser Übergang, Aragonesisch und dann haben wir das Katalanische mit West- und Ostkatalanisch, einschließlich Russionesisch, Russisch-Lonesisch, das Katalanische in Frankreich, das Valenzianische in Valencia, das Balearische auf den Balearischen Inseln und dann haben wir noch den Dialekt von Laogé auf Sardinien. So, hier ist die Karte, also Laogé sehen Sie da nicht, sehen wir gleich, wenn wir uns Italien näher anschauen und da sehen Sie eben tatsächlich links das Portugiesische und das Galizische, die irgendwie miteinander zusammenhängen, da sehen Sie die Co-Dialekte, dann das Mirandes oder Mirandes, Mirandes auf Portugiesisch, aber die Leute selber sagen Mirandes und hier unten haben Sie auch noch mal auf der spanischen Seite so eine portugiesische Varietät. Dann schließt sich da Asturien und Leon an mit den entsprechenden Sprachen, Asturisch-Lionesisch, das ist das schraffierte gewöhnte da. auf dem gelben Hintergrund und dann haben wir das ganz große spanische Sprachgebiet, was sich nicht sehr stark dialektal unterscheidet, allerdings das Andalusische ist ein bisschen anders, deshalb wird das Andalusische auch gerne gesondert genommen, auf dieser Karte jetzt nicht, da steht Spanisch beziehungsweise Kastinisch mit Andalusisch und dann sehen Sie da eben auch Katalanisch-Valenzianisch und auch vor dem gelben Hintergrund noch mal so ein bisschen diese Übergangsvarietäten, also das Aragoniesische. In Aragonien. Genau, das sind die Ibero-Romanischen Sprachen und dann gibt es noch andere Sprachen auf dieser Karte, Englisch, na klar, hier in Gibraltar, weil das eine englische Kolonie ist, die immer noch besteht, gibt es da Leute, die Englisch sprechen und dann haben wir Gaskonisch mit Aranesisch, Gaskonisch ist eigentlich in Frankreich und es gibt dieses eine Tal, das Arantal, was Sie da sehen, an der Spitze von Katalonien, da ist Andorra und daneben, links daneben, diese Spitze, wo man Gaskonisch spricht. Langedockisch, das wird nur in Frankreich gesprochen, zum Bauch auf der Karte und dann haben wir das Baskische, was in Frankreich und Spanien gesprochen wird und wie ich immer so schön sage, das Baskenland ist vorläufig noch geteilt zwischen Frankreich und Spanien. Baskisch ist eine nicht-indo-germanische Sprache, die also mit den Sprachen, die wir sonst so kennen, nichts zu tun hat und ist möglicherweise die einzige Sprache, die die indogermanische Einwanderung nach Europa überlebt hat, also älter ist das als alle anderen Sprachen, die wir hier in Europa vorfinden. Sie ist eigentlich die eigentliche europäische Sprache. Deshalb finde ich die Bezeichnung indoeuropäisch für die indogermanische Sprache nicht so richtig, denn das indogermanische gehörte ursprünglich gar nicht hierhin, aber das Baskische ist tatsächlich die Sprache, die übrig geblieben ist. Das kann man erkennen an Gewässernamen in Europa. Gewässernamen haben nämlich die Eigenschaft, übrig zu bleiben, wenn andere Bevölkerungsgruppen irgendwo hinkommen und sie finden hier sehr viele Flussnamen in Europa, die ureuropäisch sind, wie man so sagt, die also schon dort waren, bevor die indogermanen angekommen sind und da gibt es ganz gute Hinweise, dass diese Bezeichnungen sich irgendwie im Baskischen wiederfinden oder baskische Wörter sind. Also ein so Flussnamen, eine Flussnamenart sind Flussnamen mit A-R-N, Arno zum Beispiel, möglicherweise auch der Rhein, da ist das A dann weggefallen, Arno in Italien oder in Westdeutschland die Hase, die hieß nämlich mal Asna, das ist eine Volkssthymologie, dass man bei Hase rausgemacht hat, Asna daher kommt Osnabrück zum Beispiel und das ist die Brücke über die Asna das A-S-Z-O geworden, die Algenburg zu Oldenburg, das ist das gleiche wie Arno und das ist wahrscheinlich das baschische Wörter Aran, was Sie vorhin schon gehört haben im Aran-Tal, Aran heißt nämlich Tal, das andere, der andere europäische Flussname ist Ebro oder in vielen deutschen Flussnamen auch Eber, Ebersbach, Eber, gerade in Bayern ist das sehr häufig, das ist wahrscheinlich das gleiche wie Ebro und das baschische Ibadah, Ibadah heißt auch Fluss, also da gibt es offenbar einen Zusammenhang, also man kann, das ist nicht der einzige Grund, warum man sagt, dass das baschische wahrscheinlich die Sprache der europäischen Ureinwohner ist, aber es gibt, es ist ein sehr interessanter, ein sehr interessantes Indiz, man kann auch über Lehnwörter im baschischen in Erfahrung bringen, dass das baschische mit allen möglichen Sprachen in Kontakt stand, die mal in Europa gesprochen wurden, auch welche, die verschwunden sind, wie Festlandkeltisch oder Gallisch, da gibt es entsprechend keltische Wörter im baschischen und das alles führt dazu, dass man denkt, dass das baschische die europäische Ursprache ist und das einzige, was davon übrig geblieben ist. Das gehört also nicht in unser Dialekt-Kontinuum der romanischen Sprachen, obwohl natürlich alle basken auch eine romanische Sprache sprechen, weil eben das Basken zwischen Spanien und Frankreich sich befindet. Ja, gut, dann lasse ich hier mal die iberische Halbinsel jetzt so stehen, also das Interessante an iberischen Halbinseln ist eben dieses sehr einheitliche Spanisch, was nicht sehr stark dialektal aufgeteilt ist. Das liegt daran, dass es eigentlich ein Primär Dialekt ist, der aus in dem Norden kommt, das so gegen von Burgos, was Sie hier schlecht sehen. Burgos ist dieser kleine Punkt da im Baskenland und von dort hat sich das Kassinische wahrscheinlich ausgebreitet über ein Sprachgebiet, was arabisiert war im Mittelalter, immerhin 700 Jahre und dadurch ist eben dieser Dialekt sehr abrupt ausgebreitet worden und ist sehr einheitlich und hat sich später noch mal differenziert und so ist dann das Andalusische als der Zer-Dialekt entstanden. Ähnlich ist auch natürlich die Vorsprache von Portugiesisch und Galizisch, das sogenannte Gallego-Portugiesische von Norden nach Süden ausgebreitet worden und eben auch das Katalanische von Norden nach Süden und auch sogar das Asturisch-Neonesische von Norden nach Süden ausgebreitet worden und dann wurden die Spanischen Eroberer immer stärker und deshalb geht das Asturisch-Neonesische nur etwa bis zur Mitte und dann wird alles Spanisch und Gastinia waren eben die erfolgreichsten bei der Verdrängung der Araber und die hatten so viel Impetus, dass sie danach nicht aufgehört haben, sondern dann auch noch große Teile der Welt erobert haben. Ja, gut, kommen wir aber von Spanien auf Italien, die sogenannte Italo-Romania, wieder benannt nach dem Volk, was vorher da war, die Italier. Das ist eigentlich die Bezeichnung für die Leute, die da vielleicht vor den Römern waren oder zusammen mit den Römern. Also Römer werden manchmal auch als Italier bezeichnet, aber als eine Gruppe von Italiern und ja, hier gibt es jetzt natürlich verschiedene Dialektbereiche. Zunächst mal die rätoromanisch-ladinische Gruppe, Bündner-Romanisch in der Schweiz, Dolomiten-Ladinisch in den Dolomiten, in Südtirol vor allen Dingen und friaulisch. Wie gesagt, Karten kommen gleich, dann kommt das sogenannte oberitalienische Dialekt-Kontinuum, was auch als Gallo-Italisch bezeichnet wird, weil da auch mal Gallier waren, Piemontesisch, Lombardisch, Nigurisch und Venetisch, wobei das Venetische nicht wirklich Gallo-Italisch ist, sondern nochmal anders. Zum Gallo-Italischen werden Piemontesisch, Lombardisch, Nigurisch. Piemontesisch und Lombardisch hängen echt enger zusammen als das Lombardische und Venedisch ist irgendwie was anderes. Dann kommt das Dialekt-Kontinuum von Mittel- und Unteritalien, Italienisch, Toskanisch, da heißt die Wiege des Italienischen in der Toskana, Mittelitalienisch, Mittel-Süditalienisch, Süditalienisch, allschließend ist Zinianisch, wir schauen uns das dann auf der Karte. Und dann haben wir noch Sardisch, was nicht wirklich zur Italien und Rumania gehört, sondern irgendwie für sich steht, nur aus politischen Gründen, weil Sardinien zu Italien gehört, wird das damit aufgeführt. Logodoresisch, Kampidanesisch, Sassaresisch, Galoresisch, bei Galoresisch einen Übergang darstellt. So, das klingt sehr abstrakt und wenige von Ihnen machen Italienisch, deshalb interessiert es Sie vielleicht gar nicht so. Hier ist die Karte, die habe ich aus der Wikipedia, die ist jetzt nicht so genau, aber sie hat eine schöne Eigenschaft in ihrer Ungenauigkeit, die Grenzen sind immer, der einzelnen Dialektgebiete sind immer so gezackt, weil damit angedeutet wird, dass es keine scharfe Grenzen gibt, sondern einen Übergang. Meistens, das stimmt nicht immer. Ja, meistens Übergang zwischen den Dialekten, was man hier auch sehr schön sieht, ich habe da hier noch eine andere Karte, da gibt es noch andere Sprachen in Italien, das Franco-Provenzalische reicht nach Italien, das ist das Rote, das Ozydanische, was hier Provenzale heißt, reicht auch nach Italien rein, das ist etwas dunkler Rot hier dargestellt und wir haben hier noch andere Inseln, Griechisch, sehen Sie da unten, Abrech, das ist eigentlich Albanisch, dann haben wir Slavisano, Slavisch und es gibt da eben noch andere Sprachinseln, Slowenisch zum Beispiel. Ja, hier ist eine etwas genauere Karte, also wissenschaftlich fundiert, die hat natürlich den Nachteil, dieses Kontinuum nicht so schön darzustellen, sondern nur mit so komischen Zahlen und Hufstaben und da fällt es nicht so ins Auge. Aber was hier ins Auge fällt, achso, diese Karte ist von Koriakoff aus diesem Atlas, den ich erst kurz verlegt habe. Ja, was hier sehr auffällig ist, sind diese dicken Linien. Was bedeuten diese dicken Linien? Naja, die zeigen eben diese scharfe Grenze an, die wir in Italien haben, zwischen der West-Romania und Norden Italiens und dann von der ersten dicken Linie an bis zum Süden in die Ost-Romania. Und da haben wir in der Mitte in der Toskana und in einem Teil des Latiums ein Übergangsgebiet zwischen zwei dicken Linien. Ja. So, was stellen die dicken Linien noch dar? Die stellen hohe Berge dar. Ja, man denkt immer, naja, wir müssen über die Alpen, die sind hoch und dann sind wir in Italien und wir sind am Strand. Aber der Strand ist halt wirklich nur am Rand. Italien ist ein Gebirgsland mit hohen Bergen, bis zu 3000 Meter. Das ist Sassu in Italia, 3000 Meter in Molise, in Erputzen, Entschuldigung, Erputzen. Und da ist der Apenninen Hauptkamm. Das ist die hohere schwarze Linie und da sind wirklich hohe Berge. und diese hohen Berge stellten halt auch eine Grenze dar für die Leute, die kamen halt nicht in Kontakt über die Berge und deshalb gibt es da so eine scharfe Sprach- oder Dialektgrenze. Also wir haben die norditalienischen, die galloitalischen Dialekte und das venetische, das venetische ist das gelbe da, das ist eben nicht galloitalisch, das andere ist galloitalisch, also irgendwie auch von den Kelten beeinflusst, ähnlich wie das französische und dann kommt eben ein Gebiet, was nicht mehr keltisch beeinflusst ist, das ist eben diese Mitte in Toskana und dann aber wieder hohe Berge weil diese anderen Linien, die sind nicht ganz so krass, da gibt es ein paar Pässe, die der Haupt, der Apenninen Hauptkamm weiter nördlich deshalb gibt es da auch noch diese gestrichelte Linie auch noch starke Dialektunterschiede sind nicht so stark wie bei der durchgezogenen Linie und dann haben wir halt Mittel- und Süditalien oder das nennt sich dann auch Median und Süditalien steht hier ja auch wieder so ein bisschen Übergangsgebiet bei 17 und dann haben wir es wirklich eher mit Süditalien nichts zu tun zu tun ja gut Sardinien und Korsika sieht man hier nicht so genau hier ist nochmal schön so eine Linie um Korsika diese türkisförmende Linie soll heißen dass das französisches Sprachgebiet ist und Korsika gehört auch zu Frankreich aber neben Französisch gibt es da eben auch Korsisch und Korsisch ist tatsächlich sehr eng verwandt mit dem Toskanischen das ist eigentlich sowas wie Insel Toskanisch und da haben sie dann nochmal die dialektale Niederung Korsikas im Süden Korsikas haben sie so ein bisschen einen Übergang zu Sardinien das ist ja auch nah abeinander oder sagen wir andersrum im Norden Sardiniens haben sie tatsächlich noch so einen Übergang zum Toskanischen aber dann wird es sehr exotisch dann haben wir ihn richtig Sardisch insbesondere beim Zentrum im Süden und das ist natürlich sehr anders und sehr seltsam da ist noch das K da sehen Sie die katalanische Ökonomie auf Sardinien und ja das Sardische ist wirklich sehr anders das hat historische Gründe die Römer haben sich auf Sardinien niedergelassen haben Sardinien ausgepeutet zunächst haben sie dort alle Bäume gefällt um Schiffe zu bauen das führt natürlich schon zu ökologischen Schwierigkeiten dann haben sie da Weizen angepflanzt in Monokultur ganz Sardinien war ein riesiges Weizenfeld und dann war der Boden ganz hin dann war es wirtschaftlich nicht mehr interessant und dann haben sie Sardinien einfach so links liegen gelassen und hatten dann dann gab es wenig Kontakt zwischen dem italienischen Festland also Rom und Sardinien und deshalb hat sich das eine sehr altertümliche Form des gesprochenen Lateins in Sardinien konserviert während es auf dem Festland dann weitergehende Entwicklungen gab also das führt dazu dass das Sardische so anders ist und da es so für sich geblieben ist ist nicht einfach nur auf dem Stand des damaligen Lateins stehen geblieben sondern hat sich vor allen Dingen in der Phonetik sehr eigenständig und seltsam entwickelt und deshalb ist eben das Sardische so völlig außer der Reihe unter den romanischen Sprachen ja etwas anders durch die frühe Trennung von Rom und die weite Entfernung ist natürlich das Balkan romanische da insbesondere der Bereich der Darko Romania mit dem rumänischen was man ja Darko rumänisch nennt einschließlich Moldauisch in der Republik Moldau dann gibt es da noch Melenorumänisch Istro rumänisch und Arumunisch und dann ausgestorben das Dalmatische oder Veliotische auf der Insel Krrk die man aus den Kreuzfahrträtseln kennt weil die so drei Konsonanten hat Krrk sehen wir gleich noch auf der Karte hier haben wir erstmal das rumänische natürlich besonders in Rumänien da gibt es so Inseln so deutsche Sprachinseln in der Mitte das ist durchgehend rumänisch obwohl natürlich rumänische Staatssprache da überall verbindlich ist und nicht nur Deutsch oder ungarische Sprachinseln gibt es da ja und nicht nur Rumänien sondern eben auch die Republik Moldau das ist die Republik Moldau ist sogar die Gegend die man so als Ursprungsland das literarische rumänisch ansieht und das ist dann eben nur politisch getrennt gewesen aber was natürlich auch interessant ist es gibt eben rumänische Inseln Sprachinseln auf dem Balkan das Besondere in Griechenland das Besondere um Thessaloniki herum Aromonisch das ist auch noch lebendig ich habe selber eine Aromonin mal kennengelernt die allerdings inzwischen in Rumänien lebt aber eben tatsächlich aus der Gegend von Thessaloniki kommt gibt es Meglenorumänisch das ist nur eine ganz kleine Sprachgemeinschaft wo es inzwischen schwierig ist Sprecher zu finden und Istrorumänisch ganz weit weg darf oben in Kroatien auf der Halbinsel Gistrien aber auch nur noch mit ganz ganz wenigen Sprechern ja und dann schauen wir uns mal diese Gegend nochmal besonders an da sehen Sie das da haben Sie Gistrien Istrorumänisch das sind diese nach unten gekehrten Reiecke in Blau da ist es noch lebendig aber vorher war es sehr viel weiter verbreitet sogar hier über den das ganze ehemaligen Ruslarien weil da bis früher Istrorumänisch Sprecher die aber verschwunden sind die haben sich halt angepasst und haben die vorherrschenden Sprachen dort übernommen also Slavisch Slavisiert worden diese Karte ist auch wieder aus dem Atlas von Koryakov und der ist Russe und deshalb steht da vielleicht auch noch Jugoslawien obwohl es das gar nicht mehr gibt und insbesondere fehlt der Kosovo Kosovo wir müssten also hier natürlich inzwischen unabhängig aber ja die Karte ist halt etwas älter und das hat es ja nicht eingezeit wobei Montenegro wenigstens eingezeit ist wenn auch die Linie ja noch gestrichelt ist ja das Interessante ist Sie sehen dass da eben früher noch andere romanische Sprachen gesprochen wurden die verschwunden sind Venetisch das ist halt eine Varietät die wir noch in Italien finden das ist die ja der Ausschnitt aus dem Dialekt Kontinuum der dann auch zum Venezianischen geführt hat und Venedig war im Mittelalter hier eine sehr wichtige Macht und das Venezianische hat sich dann ausgebreitet weil es dann über Handelsniederlassungen gab und deshalb ist das alles mal ein Gebiet gewesen wo man tatsächlich eben auch Venetisch also Venezianisch eigentlich gesprochen hat das ist allerdings jetzt verschwunden es gibt allerdings noch italienische Sprachen das müsste auch eingezeichnet sein in Modern Places da sehen Sie unter Venetisch dieses nach oben berichtete türkisfarbene Dreieck auf Istsee und da finden Sie heute noch italienische Sprecher wir hatten auch einen hier als Gastwissenschaftler ein Kroate der eben italienisch zu Hause spricht also hat es überlebt wir haben diese große Fläche jetzt inzwischen ja da finden Sie kein italienisch mehr wir finden allerdings in den lokalen Varietäten des Kroatischen tatsächlich noch viele italienische Wörter und natürlich italienische Ortsnage ja und dann haben Sie eine weitere ausgestorbene Sprache die auch romanisch ist aber eben nicht venetisch also nicht aus Venedig eingeführt wurde sondern vorher schon da war nämlich das Salmatische das Salmatische ist das ist dieser Violettekreis ist überall verschwunden der letzte Sprecher lebt Ende des 19. Jahrhunderts auf der Ensel Gr was halt man das Salmatische auch als Meliotisch bezeichnet Melia ist der alte Name der romanische Name der Insel Grück und ein italienischer Sprachwissenschaftler ein gewisser Herr Bartoli hat am Ende des 19. Jahrhunderts tatsächlich mit diesem letzten Sprecher noch Aufnahmen gemacht natürlich keine Aufnahmen auf ein Aufnahmegerät weil die Technik noch nicht bestand neben steht also solche echten Sprachaufnahmen auf Wachsweißen gibt es erst seit 1901 da war der schon tot dieser jetzt Sprecher aber er hat genau phonetisch aufgeschrieben was der gesagt hat sodass wir Quellen vom Lematischen noch haben und daraus kann man eben dann auch erkennen dass das Lematische eine aus dem Lateinischen entstandene Varietät ist die jetzt nichts mit dem italienischen venezischen oder venezianischen zu tun hat venetischen oder venezianischen zu tun hat was da ja auch gesprochen wird sondern eben tatsächlich so eine alte Varietät ist ein Primärdialekt aus dem Lateinischen während das Venedische was wir hier sehen nicht direkt aus dem Lateinischen entstanden ist sondern aus der Stadtsprache von Venedig dem Venezianischen das nennt man Sekundärdialekt wenn wir noch so eine Zwischenstufe haben zwischen dem aus dem Lateinischen entstandenen das Venezianische aus dem Lateinischen entstanden hat sich dann aber verbreitet und dann natürlich auch wieder verändert dann haben wir ein Sekundärdialekt im Mittelalter und wenn in der Moderne es nochmal eine Varietät gab wie das Andalusische was sich erst in der Neuzeit aus dem Spanischen herausentwickelt dann spricht man von Tertia Dialekt ja und das Salmatische und eben hier sogar das Genetische sind eben verschwunden das Venetische ist nicht in Italien verschwunden deshalb ist das Venetische nicht als Ganzes untergegangen aber das Salmatische ist untergegangen und da gibt es einen Fachausdruck dafür die Romania Submersa die untergegangene Romania Submersa satanisch untergegangen Submergere Untergehens Submersum ist dann das Partizip die untergegangene Romania und da ist das Dalmatische ein rezentes Beispiel was also Ende des 19. Jahrhunderts verschwunden ist aber eben noch dokumentiert wurde es gibt noch andere Varietäten des gesprochenen Lateins oder die erst im gesprochene Latein entstanden sind also romanische Sprachen die untergegangen sind das nordafrikanische romanisch wir wissen im 8. Jahrhundert wird Nordafrika arabisiert bis dahin haben die Leute da romanisch gesprochen und das nordafrikanische romanisch ist daneben auch verschwunden und die Araber sind dann gekommen bis auf die iberische Halbinsel und haben große Teile der iberischen Halbinsel im 8. Jahrhundert gesetzt sind dann bis zum 15 Jahrhundert dort geblieben und dann konnte sich das kastinische ausbreiten in der sogenannten Reconquista die Wiedereroberung wo das wieder fraglich ist weil die Kastinier vorher nicht da gewesen sind ja und diese Sprache die da früher mal gesprochen wurde in Südspanien die ist belegt in arabischer Schrift da gibt es ein paar Texte in arabischer Schrift mit dem gesprochenen romanisch was damals gesprochen wurde und weil das in arabischer Schrift überliefert ist hat man da einen seltsamen Namen gefunden nämlich Mossarabisch Mossarabisch da könnte eine Wurzel drinstecken die mit dem französischen Wort Mo verwandt ist in diesem Moss oder Motz kann man vielleicht auch sagen aber meistens wird es Mossarabisch ausgesprochen das Z im Spanischen halt das scharfes S und das ist eben das auf der iberischen Halbinsel untergegangene romanisch das ist wahrscheinlich erst wirklich untergegangen als die Araber vertrieben wurden denn damit sind eben auch die alten Sprecher vertrieben worden die da romanisch gesprochen haben und kastinisches überall verbreitet das weiß man nicht so genau ob die Sprachen schon im arabischen gewichen sind oder mit dem arabischen koexistiert haben und dann erst mit der Ausbreitung des kastinischen verschwunden sind es gibt wie gesagt Quellen in arabischer Schrift über dieses dort gesprochene romanisch und auch in den Ortsnamen kann man das erkennen ja damit haben wir im Grunde die gesamte europäische Romania wir kommen noch auf die Übersee Romania abgearbeitet hier haben sie nochmal so eine zusammenschau die haben wir nochmal extra in den VC gestellt und das Schöne daran ist dass hier der Autor Juri Koriakow versucht hat die Zusammengehörigkeit ein bisschen deutlicher darzustellen und auch zu zeigen was eigentlich Quatsch ist nämlich das was hier in blau gestrichert ist da steht Traditional Groupings traditionelle Gruppierungen die sind aber irgendwie künstlich und das ist eben dieses Italo Romanische wo hier auch das Retoromanische dazu gezählt wird was im Stritten ist das Retoromanische dazu zu sehen da hat er dann auch nochmal so einen kleinen Rausstrich dazwischen gemacht um das klar zu machen aber eben galloitalisch venetisch und ja besondere istro rumänische Varietät die werden die werden oft zum Italo Romanischen gezählt aber dann eben auch die mittel- und süditalienischen Varietäten die eben so ganz anders sind weil sie eben ostromanischen Toskanisch was um das Italienische entstanden ist Korsisch was sehr eng mit dem Toskanischen verwandt ist das ist Toskanisch aber eben Inseltoskanisch Sassaresisch und dann haben sie da eben noch diesen Übergang ja da steht Trans das ist das Übergang zwischen Toskanisch und Südital äh äh das ist diese Geschichte mit diesem ähm ähm mit der teilweise gestrichelten Linie äh also süditalienischen neapolitanisch und dann noch ganz im Süden äh salentinisch äh südkalabrisch äh und äh 17-Jahrisch ja extrem südlich wird das meist genannt und hier nennt er das Oaida Sicilien dann gibt's noch Insel Romanisch also wie gesagt Sardinisch Sardisch nicht Sardinisch Sardisch gehört dazu äh und äh das ältere Korsisch das Korsisch ähm also man geht davon aus das ist auch ein bisschen spekulativ dass Korsika Toskanisiert worden ist dass also die frühe Form des Korsischen möglicherweise sehr viel enger mit dem Sardischen aber da gibt's kaum Quellen ist das sehr spekulativ nach Alt-Korsisch inzwischen die Ortsnamen Sign Messe ja und sie haben hier diese schöne Trennung zwischen Ost und West das sind die beiden schwarzen Kreise die aber irgendwie miteinander in Berührung stehen deshalb nennt man diesen ganzen Bereich auch die Romania Continua Romania Continua einmal weil sie zeitlich aus dem gesprochenen Latein kontinuierlich sich weiterentwickelt hat aber auch weil das Ganze einen biografischen Zusammenhang bildet während das romänische beziehungsweise das balkanromanische räumlich getrennt ist das bildet zwar auch eine zeitliche Kontinuität ist also auch aus dem Lateinischen entstanden aber es ist räumlich abgetrennt da ist tatsächlich dann ein Bruch und die Brücke zwischen den beiden das Dlamatische ist eben verschwunden aber das Dlamatische ist sozusagen tatsächlich die Brücke zwischen rumänisch und der Italien Romania ja ir ist ist rumänisch und ist ist hier ist istrisch im Sinne von genetisch istrisch was man bis heute noch findet bis heute gesprochen wird ja in dieser Westrumania haben wir Norditalien Gallo Romania Norden Süden hat er das nochmal eingeteilt das Franke Provenzalisch erkennt er hier zum Norden aber das ist eigentlich der Übergang zwischen Azitanisch und den Oi Dialekten von denen eigentlich nur das Französische wirklich übrig geblieben ist ein bisschen noch pikadisch und malonisch aber insbesondere das Französische der Hauptvertreter und dann haben wir hier nochmal das Indiero Romanische wenn man das jetzt mit Z schreibt da schreibt der Taler Romance mit C und hier die mehrere Romance haben wir Anglisch komisch das Musabische existiert halt nicht mehr und das andere sind eben diese Sprachen die durch die Reconquista sich ausgebreitet haben Gallo Portonisisch auf der einen Seite und dann Astorisch Leonesisch das ist die Brücke zum Spanischen und zum Kastinischen und das Arapanesische was wiederum die Brücke zum Katalanischen bereitet genau ja das ist eben das Kontinental Romanische und ja das ist natürlich nicht alles wir wissen die Romanischen Sprachen sind Weltsprachen und sind dann also auch in die Welt exportiert worden es gibt also auch eine Romania Nova die eben später dazugekommen ist nach der Entdeckung Amerikas oder Neuentdeckung Amerikas durch Kolumbus wo dann eben die romanischen Sprachen nach Amerika gekommen sind und diese neue Romania die wird uns in der nächsten Woche interessieren also es gibt einen kleinen Teaser damit sie wissen was die nächste Woche erwartet wir sprechen über die Übersee Varietäten das ist glaube ich der wichtige Teil der sogenannten Romania Nova der neuen Romania die neuen Übersee Varietäten Französisch Kanada und das ist anders als das Französische was wir aus Frankreich kennen das Spanische in Lateinamerika das ist anders als das Spanische in Europa das portugiesische in Lateinamerika was auch anders ist als das europäische portugiesisch dann das judenromanische was sich auch verbreitet hat was wir aber jetzt nur noch sehr vereinzelt finden von wenigen Sprechern in Amerika in Nord- und Südamerika gibt es da Sprachinseln in der Türkei gibt es noch gibt es noch wenige judenromanische Sprecher und natürlich in Israel die Lingua Franca eine im Mittelmeerraum verbreitete ja Verkehrssprache die manchmal auch Savire heißt die werden uns auch noch kurz beschäftigen die ist aber ausgestorben da gibt es nur noch wenige Quellen und die Kreosprache die Kreosprachen die entstanden sind auf der Basis des Französischen auf der Basis des Spanischen auf der Basis des Portugiesischen die eben tatsächlich neue Sprachen sind die werden uns kurz interessieren und deren Verbreitung denn die gehören auch natürlich zur Romania und Sie sehen wenn Sie sich mit romanischen Sprachen beschäftigen haben Sie sehr viele eine sehr große Auswahl eine sehr große Diversität an Sprachen wie gesagt um die neuen Varietäten geht es dann in der nächsten Woche ja und wenn Sie Fragen haben stehe ich zur Verfügung heute und natürlich dann auch in der nächsten Woche ja vielen Dank so also die Romania Nova die Übersee Varietäten des Französischen des Spanischen des Portugiesischen spielen da eine Rolle das Judenromanische habe ich schon angesprochen und dann haben wir noch die sogenannte Lingua Franca von der die Rede sein muss und die Kreolsprache also Sie sehen gibt es schon zahlreiche romanische Sprachen man kann sich damit sehr vielen Dingen beschäftigen wir haben also nicht das Problem was vielleicht die Anglistik hat wo es dann immer heißt wir haben ja schon alles ausgeforscht im Englischen wir haben ja so viele Sprachen die kann man also alle noch bearbeiten ja gut kommen wir zunächst mal auf die sogenannten neuen Varietäten des Französischen Spanischen und Portugiesischen die werden manchmal auch als Überseeverrietäten bezeichnet da haben wir erstmal das Kanada Französisch was auch wieder sich unterteilt in mehrere Subvarietäten da gibt es das Quebec Französisch dann gibt es noch eine Minderheit in Ontario und dann gibt es ganz im Westen Kanadas noch eine Sprachgruppe die als Acadien bezeichnet wird also wenigstens drei und auch das Quebec Französische schwankt vor allen Dingen gibt es einen großen Unterschied zwischen Stadt und Land im Quebec Französischen dann gibt es noch andere Varietäten des Französischen außerhalb Frankreichs Französisch wird ja in verschiedenen Überseedebattements gesprochen wie sie wissen und das Französische unterscheidet sich dann natürlich auch etwas von dem Französischen der Metropole also Frankreichs dann haben wir das Französische in Afrika das natürlich auch nochmal ganz anders ausgeprägt ist auch unterschiedliche Entwicklungen genommen hat in den verschiedenen afrikanischen Ländern zumal es dort natürlich vor allen Dingen als Zweitsprache verwendet wird und Zweitsprachen entwickeln sich natürlich immer etwas anders weil sie natürlich stark dann auch durch die Erstsprache die die Sprecherinnen und Sprecher benutzen entsprechend dann beeinflusst wird ja und dann haben wir das Spanische und das Portugiesische in Lateinamerika in Afrika und im Pazifik die natürlich auch jeweils immer ihre Eigenarten aufweist so das soll uns jetzt hier weniger interessieren da kann ich Ihnen gleich noch Sprachaufnahmen zeigen wenn dafür noch Zeit ist dann hören Sie die Unterschiede auch ein bisschen aber im Grunde sind das alles Varietäten der jeweiligen Standardsprachen die man eben dann auch als Tertiär-Dialekte bezeichnet obwohl Sie natürlich gedenken müssen dass die Trennung zwischen den europäischen Varietäten und den Übersee-Varietäten schon sehr früh stattgefunden hat nämlich mit dem Beginn der Kolonialisierung und dass dann natürlich die Sprachen sich auch getrennt entwickelt haben und das über Jahrhunderte also von daher gibt es schon reichlich Unterschiede so dann das Judenromanische was ich Ihnen schon zu Gehör gebracht habe da gibt es Judenportugiesisch was heute praktisch keine Sprecher mehr hat Judenspanisch da gibt es noch einige wenige Sprecher man unterscheidet da noch wenn man ganz genau sein will zwischen Sephardisch und Ladino Sephardisch ist mehr oder weniger die alltägliche Sprache in der man dann möglicherweise also auch Zeitungen druckt es gibt eine Judenspanische Zeitung noch in der Türkei und das Ladino ist mehr das Judenspanische wenn es um mehr so kultische Handlungen geht zwar ist die Sprache der kultischen Handlungen im Judentum immer das Hebräische aber drumherum kann eben das gibt es ja ist ja auch in Deutschland wenn sie in eine Synagoge gehen da wird ja dann eben auch Hochdeutsch gesprochen und das Ladino ist eben mehr an diesen in diesem kultischen Bereich geheimatet sofern nicht hebräisch verwendet wird ja und dann gibt es noch eine Varietät die auch wahrscheinlich nicht untergegangen ist eine Varietät des Judenspanischen das das Lewandische einschließlich des Juden Livornesischen also Livornesisch weil es mal in Livorno gesprochen wurde in Italien aber von da aus dann auch weiter nach Osten sich verbreitet hat also auch wieder auf dem Balkan und das Lewandische ist möglicherweise nicht mehr erforschbar also das ist ein bisschen eine strittige Sache das Judenspanische und hiermit meine ich das Sephardische auf dem Balkan da findet man gelegentlich noch alte Sprecher soll angeblich noch eine jüdische Gemeinde in Sofia geben und von denen sollen einige nach Chile ausgewandert sein also wenn man sich da richtig hinter klemmt kann man da vielleicht auch noch einzelne ältere Sprecherinnen und Sprecher finden aber das ist äußerst schwierig äußerst schwierig ja kommen wir zu Lingua Franca Lingua Franca ist ein mehrdeutiger Terminus man kann damit einfach eine Verständigungssprache meinen man könnte also auch sagen das Englische ist die Lingua Franca des Flugverkehrs oder so das hört man manchmal also eine Verkehrssprache oder eine Verständigungssprache aber eigentlich ist es eine ganz spezifische die es nicht mehr gibt die wird manchmal auch als Sabie bezeichnet eine Verkehrssprache im Mittelmeerraum Sie müssen sich vorstellen im Mittelmeerraum waren schon im Mittelalter aber dann noch stärker dann auch hin zur frühen Neuzeit viele Schiffe unterwegs und diese Schiffe auf denen Handel getrieben wurde waren oft mit Personal besetzt aus verschiedenen Ländern die mussten sich irgendwie verständigen und natürlich wenn man Handel treibt muss man natürlich auch mit dem Handelspart dann jeweils sich verständigen und im späten Mittelalter gab es halt noch kein Englisch und dann braucht man eine andere Verkehrssprache und nun war es so dass im Mittelalter bereits gewisse gewohnheitsmäßige Kontakte im Mittelmeerraum gab es zum Beispiel die Kreuzzüge und bei den Kreuzzügen waren Westeuropäer unterwegs die oft als Franken bezeichnet wurden wobei das vielleicht nicht dieselben Franken sind wie die die Frankreich den Namen gegeben haben und auch nicht dieselben Franken die hier in Franken beheimatet sind also das Wort Franken ist ein bisschen inflationär gebraucht worden das stand hier vor allen Dingen für Westeuropäer und die brachten eben auch eine Verständigungssprache mit oder sie brachten Sprachen mit aus denen dann diese Lingua Franka entstanden sind das ist insbesondere das okzitanische und das katalanische und das italienische beziehungsweise italienische Dialekte der Küstenstädte also genuesisch haben sie schon gehört das muss wohl eine große Rolle gespielt haben und ja daraus ergibt sich eben eine Verständigungssprache die im Mittelmeerraum gebraucht wurde die aber heute verschwunden ist handelt sich also um eine untergegangene Romania also die einzige Sprache die sowohl zur Romania Nova gehört weil sie erst also nicht direkt aus dem Lateinischen entstanden ist sondern erst später entstanden ist aus bereits bestehenden romanischen Sprachen so als Mischsprache Mischsprache aber sie ist auch Romania Submersa weil sie heute nicht mehr da ist und weil es auch ganz schwierig ist Quellen zu finden die Dokumentation ist trümmerhaft es spricht da auch von einer Trümmer und immer problematisch also alle Dokumente die wir in Lingua Franca finden sind problematisch weil es sich um indirekte Quellen handelt wir haben also keine direkten Quellen sondern immer nur Berichte darüber in indirekten Quellen so eine indirekte Quelle die sehr berühmt ist habe ich Ihnen hier mitgebracht damit Sie mal sehen wie das aussah das ist also ein Text in Lingua Franca der stammt aus einem französischen Text nämlich aus Molières Comunie der Bürger als Edelmann le bourgeois gentil Jom und in dieser Promödie treten Türken auch es gibt ein Zwischenspiel in der Promödie wo diese Türken auch einen Tanz aufführen das war so der Geschmack der Zeit dass Teile des Theaterstücks dann auch nochmal irgendwie mit Musik sind und diese Türken sprechen dann in dem Zwischenspiel auch nicht türkisch sondern eben diese Verkehrssprache des Mittelmeerraums wobei das natürlich nicht authentisch sein muss sondern das hat Molière gedichtet das ist vielleicht erfunden also eine indirekte Quelle und wir wissen nicht genau ob das authentisch ist aber sie können das leicht verstehen das soll natürlich auch so sein es soll ja eine leichte Sprache sein mit wenig Flexion und sie scheinen da hinten wenn sie Fragen haben fragen sie mich am besten ja also der Text ist einfach zu verstehen se ti sabir ti respondir se non sabir tasir tasir also wenn du weißt se ti sabir dann antworte ti respondir wenn du nicht weißt wenn nicht wissen dann schweigen schweigen mistar mufti also ich bin der mufti tiki stati wer bist du non intendir tasir tasir also wenn du nicht verstehst dann schweige schweige was soll offenbar die Bedeutung dieses Textes sein und sie können je nach den romanischen Sprachen die sie beherrschen das natürlich hier leicht entschlüsseln da ist irgendwie ein Pronomen der zweiten Person die Konjunktion se ist da zu sehen also wenn falls sabir wissen respondir antworten tasir schweigen star ist offenbar sein ki kann man auch verstehen intendir entendre intendere intendere leicht zu verstehen verstehen eben tasir wieder also die Basis ist irgendwie eine vereinfachte Form von einer Mischung aus Portugiesisch Spanisch und Französisch achso Entschuldigung Quatsch wir sind zu weit das ist sind halt die damaligen Verkehrssprachen Portugiesisch Spanisch Oksitanisch Katalanisch Italienisch also weniger Französisch die nächste Folie gehört da nicht dazu aber eben Oksitanisch und Katalanisch die sowieso schon sehr eng miteinander verwandt sind Italienisch und eben auch ein bisschen vielleicht weniger Spanisch eher Katalanisch aber auch ein bisschen Portugiesisch ist auf jeden Fall dabei ja gut soviel zum Samir und jetzt kommen wir zu den Kreolsprachen so das war schon die Folie da bin ich ein bisschen vorgeprescht also Kreolsprachen sind jetzt keine Verkehrssprachen das wird oft verwechselt da gibt es noch eine andere Art von Sprachen die Verkehrssprachen sind sogar die Pidgin Sprachen und die werden oft mit den Kreolsprachen zusammengebracht das sind aber unterschiedliche Dinge die Kreolsprachen sind Sprachen die zu Muttersprachen geworden sind und keine Verkehrssprachen also keine Zweitsprachen und da gibt es unterschiedliche mit romanischer Basis die also dann tertiär wenn man so will aus den romanischen Sprachen entstanden sind also Romania Nova wieder also nicht aus dem Lateinischen sondern nicht aus dem besprochenen Latein sondern eben aus den romanischen Sprachen entstanden nämlich auf portugiesischer Basis auf spanischer Basis und auf französischer Basis diese Kreolsprachen entstehen insbesondere müssen aber nicht aber insbesondere in kolonialen Kontexten die auch unterschiedlich sind was das portugiesische und spanische angeht und was das französische angeht bei den französischen Kreolsprachen spielt die Plantagenwirtschaft insbesondere Zuckerrohranbau eine große Rolle natürlich auch der Slavenhandel der Slavenhandel spielt dann bei den Portugiesen eine größere Rolle und bei den Spaniern also die Situationen die sozialen Situationen sind ein bisschen unterschiedlich es gibt auch noch Kreolsprachen auf anderer Basis englische und arabische die sind die englischen sind auch häufig die arabischen sind eher exotisch aber wie gesagt und es gibt sogar wenigstens eine deutsche Kreolsprache die aber inzwischen auch untergegangen ist wie funktioniert das was macht die Kreolsprachen aus nun ein besonderer Entstehungsprozess durch Sprachwechsel wir haben das so dass verschiedene Ausgangssprachen aufeinander treffen die Franzosen brauchen auf ihren Zuckerrohrplantagen Arbeiter und da werden halt afrikanische Sklaven auf diese Plantagen versetzt und die kommen aus unterschiedlichen sprachlichen Zusammenhängen in Afrika kommen jetzt auf die Plantage zusammen und können keine gemeinsame Sprache oder nehmen sie den Sklavenhandel in die USA dann entstehen da vielleicht auch eher englische Kreolsprachen wenn dann das englische Sklavenhandel ist aber zunächst mal sind die Portugiesen da sehr involviert und die Sklaven sind natürlich erstmal an der Küste versammelt und treffen da schon auf andere die andere Sprachen sprechen und müssen jetzt irgendwie eine neue Sprache lernen das ist natürlich die Sprache der Herren in diesem Fall an der Westküste Afrikas sind das die Portugiesen oder eben auf französischen Plantagen die Franzosen und da gibt es eine Zielsprache das wäre dann Französisch oder Portugiesisch oder Spanisch und die Ausgangssprachen sind unterschiedlich irgendwie will man sich dieser Zielsprache annähern jetzt hat man aber nicht die Möglichkeit jetzt haben diese Sklaven bleiben wir mal beim französischen Beispiel also auf den Plantagen nicht die Gelegenheit wunderbar Französisch zu lernen dann gibt es keinen Schulunterricht man will die ja als Arbeitsklaven haben das sind ja auch alles Erwachsene und die und da gibt es keine Schule da gibt es auch keine Eltern die ständig mit ihren Kindern die Zielsprache sprechen man muss sie also irgendwie behelfen aber nur die Sprache Französisch ist halt möglich weil wenn man mit verschiedenen Leuten zusammen ist was soll man machen also man kann jetzt nicht irgendwie Wolof oder was auch immer Ful oder Bambara oder welche Sprache auch immer die Muttersprache eines einzelnen Sprechers sprechen weil alle anderen die nicht verstehen oder nur ganz wenige ja und das heißt man muss sich an diese Zielsprache anpassen und das Problem ist natürlich auch dass die Slaven und Arbeiterinnen und Arbeiter da ja zusammen leben möglicherweise dabei auch neue Familien entstehen was zum Beispiel auf den Plantagen auch sehr gefördert wurde weil man da Nachwuchs haben wollte und die Familiensprache ist dann plötzlich Französisch aber Französisch was man nicht perfekt gelernt hat und dadurch kommt es eben dass die gemeinsame Sprache dieser neuen Sprachgemeinschaft eben nicht das Norm Französisch als Frankreich ist sondern eine Variante des Französischen wobei man natürlich zeigen will dass man doch gut Französisch kann ohne es wirklich gut zu können und da kommt es nun dazu das soll der rote Pfeil ja andeuten dass man die Eigenarten der Ausgangssprache möglichst zurückdrängt also die neue Zielsprache soll anders sein als die Ausgangssprache das heißt die Ausgangssprachen verschwinden das ist hier angedeutet aber es bleibt irgendwas von den Ausgangssprachen nämlich immer an den Stellen wo die Zielsprache anders ist als die Ausgangssprache wo man also Schwierigkeiten hat die Zielsprache zu lernen macht man irgendwas mit der neuen Sprache um diese Probleme zu überbrücken und diese Andersartigkeit die wird oft auf die Ausgangssprachen zurückgeführt und da spricht man von Substrat also in der Zielsprache ist Substrat aber das Substrat ist nicht einfach etwas was aus der Ausgangssprache übernommen ist sondern eben das resultiert aus dieser Dynamik dass man eigentlich von der Ausgangssprache abgrenzen will und was Neues schaffen will deshalb ist es ganz schwierig nach den Substraten zu suchen das wird so immer gemacht es gibt sehr viele Leute die sich mit Kreolsprachen beschäftigen und das typisch Afrikanische herausfinden wollen das ist aber sehr sehr schwierig weil eben das Afrikanische da nicht mehr zu finden ist beziehungsweise gar nicht drin sein soll weil natürlich diese Sprecher möglichst gut Französisch sprechen wollen und das die Ausgangssprache möglichst verdrängen wollen weil die jetzt nichts mehr wert ist ja die ältesten Kreolsprachen die so entstanden sind sind die portugiesischen weil die Portugiesen auch angefangen haben mit diesem Handel insbesondere Sklavenhandel und da sind zunächst mal die sogenannten atlantischen Kreolsprachen entstanden Kapverdisch und Golf und Guinea Kreolisch das sage ich Ihnen gleich auf der Karte und dann später im indopasifischen Raum Papier Christang Papier ist die Sprache und Christang die Christensprache eigentlich in Malacca Makanesisch in Makao was heute auch noch da auffindbar ist und Indoportugiesisch was eigentlich nicht überlebt hat und andere so da haben sie die Kapverdischen Inseln die Kreolsprache die portugiesische Kreolsprache dort jetzt auch Staatssprache ist Kapverden Kreolisch oder Kapverdisch und da haben sie den Golf von Guinea mit Principe und Saint-Domingue wo man eben Kreolsprachen spricht und auch in Bioco das gehört zu Äquatorial Guinea wenn ich mich ganz täusche und Anabon wo man auch diese äh 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 Dann gibt es spanische Kirolsprachen im karibischen Raum, das Papiamento, was aber auch Züge des Portugiesischen beinhaltet, weil offenbar erst mal der Sklavenhandel durch portugiesische Hände ging und dann die Spanier sich da aber niedergelassen haben. Das heißt, das Papiamento ist zwar eine spanische Kirolsprache, aber mit portugiesischer Basis und das Palenquero, ich zeige Ihnen das gleich auf der Karte, und in Südamerika und dann auf den Philippinen, das philippinisch-kreolische Chabacano vor allen Dingen, was auch in der Zeit vom Aussterben bedroht ist, weil natürlich auf den Philippinen sich die neue Nationalsprache, philippino, also philippinisch, auf der Basis von Tagalog, eben inzwischen praktisch durchgesetzt hat. Aber es gibt wohl noch einige Chabacano-Sprecher. Ein Kollege, der sich hier in Bamberg auch mal beworben hat, hat darüber geforscht und hat dort Aufnahmen gemacht, so die letzten Chabacano-Aufnahmen, die man vielleicht noch machen kann. So, kommen wir aber zu Papiamento und Palenquero. Da sind wir im karibischen Raum. Also wir haben da Venezuela und vor der Küste Venezuelas sind die drei Inseln, die ABC-Insel heißen, da müssen sie HCB heißen, Aruba, Curaçao und Bonaire. Das sind eher was niederländische Kolonien, sie gehören immer noch zu den Niederlanden als autonome Regionen und dort spricht man im Papiamento und Palenquero spricht man auch im karibischen Raum, aber in Kolumbien, da sehen Sie den Fleck da oben, also praktisch schon im Urwald. Und offenbar ist diese kleine Gemeinde, die auch Palenquero heißt, entstanden, als Sklaven aus der Karibik sich sozusagen abgesetzt haben und sich da im Dschungel niedergelassen haben. Das Problem ist nur, dass jetzt wir da eine spanische Kreolsprache haben, die in ständigem Kontakt mit dem Spanischen ist. In solchen Situationen sind Kreolsprachen natürlich immer bedroht und tatsächlich Palenquero, also es gibt nicht mehr so gute Sprecher, das Spanische hat da sehr starken Einfluss und jetzt noch Sprachaufnahmen mit Palenquero zu machen, ist ausgesprochen schwierig. Ja, kommen wir zu der französischen Kreolsprache. Dann gibt es natürlich auch wieder die Unterscheidung Atlantisch-Pazifisch. Im atlantischen Raum haben wir Haitisch, das ist am leichtesten, das findet man am leichtesten, Guayanisch, in Französisch Guayana, Antillisch, das sind verschiedene Varietäten, jetzt zeige ich Ihnen gleich auf der Karte, und das Louisiana-Kreol in den USA, was aber spätestens seit dem großen Umwetter von Katrina stark bedroht ist, weil da die letzten Gemeinden, wo man Louisiana-Kreolisch gesprochen hat und wo man auch Französisch gesprochen hat in Louisiana, praktisch sich aufgelöst haben. Und aus dem Grunde ist das heute kaum noch erforschbar, aber es gibt wohl noch so einst vereinzelte alte Sprecher. Dann haben wir die sogenannte Ile-de-France-Gruppe, das ist jetzt nicht die gleiche Ile-de-France, das ist das Zentrum von Frankreich, sondern Réunion in Mauritius ist das, das hieß früher Ile-de-France, und daher ist der Name Ile-de-France-Gruppe benannt, also Mauritisch, Seychellen-Kreolisch, Réunion, Semi-Kreolisch. Ich habe da Semi-Kreolisch hingeschrieben, weil auf La Réunion das Problem auch ist, dass das Französische da starken Einfluss hat, weil Réunion zu Frankreich gehört, im Gegensatz zu Mauritius und Seychellen, und dadurch natürlich Französisch Bildungssprache ist und überhaupt auch die Staatssprache dort, und jeder Kreol-Sprecher spricht auch Französisch, und dadurch wird das Französische immer stärker und verdrängt das Kreolische. Und deshalb kann man auf Réunion schon von Semi-Kreolisch sprechen. Während auf den Seychellen das nicht passiert ist, denn die Seychellen sind von Frankreich und Großbritannien gefallen. Das heißt, die Kontaktsprache für die ursprünglich französisch-basierte Kreol-Sprache Seychellois ist Englisch. Wenn sie da hinkommen, ist Englisch die normale Sprache. Und die Leute untereinander sprechen irgendwie anders. Aber Englisch ist die Amtssprache, und Englisch ist auch die Sprache für die Touristen und alles. Sie sprechen da Englisch. Und nur in der Kirche hört man eben mal auch Französisch, auch immer weniger. Wenn die Leute aber unter sich sprechen, dann sprechen sie Kreolisch. Das ist auch die offizielle Sprache, neben Englisch. Es hat auch inzwischen das Seychellois offiziellen Status. Und da das jetzt nicht in Kontakt mit dem Standard-Französischen ist, sondern mit dem Englischen verändert sich das nicht so stark und bleibt als kreolische Sprache erhalten. Seychellen-Kreolisch hat auch eine wichtige Verbindung zu Bamberg, denn die Graphie des Seychellen-Kreolischen ist von meiner Vorgängerin hier in Bamberg gemacht worden, also in diesem Gebäude. Also von daher gibt es eine ganz enge Beziehung zwischen den Seychellen und Bamberg. Ja, genau. Maoizisch ist auch in dieser Lage, eben nicht Teil von Frankreich zu sein und da hält sich das Kreolische natürlich dann auch besser. Und dann gibt es noch Indochina-Kreolisch. In Indochina, was aber praktisch ausgestorben ist, das ist das hier in Klammern. So, hier jetzt die Karte der verbliebenen französischen Kreol-Sprache. Manchmal sagt man auch französisch-basierte Kreol-Sprache, um klarzumachen, dass eine französische Kreol-Sprache nicht französisch ist. Und das ist eigentlich klar, das ist keine französische Kreol-Sprache, in meiner Meinung nach. Denn es ist nicht französisch, sondern eine eigenständige Sprache. Aber es wird sofort klar, wenn man die Sprache hört oder geschrieben sieht. Hier haben Sie den karibischen Raum, die antillischen Kreol-Sprachen, die ich vorhin antillisch genannt habe, sehen eben die Varietäten von Saint-Thomas, Dominica, Martinique, Saint-Luxia. Auf Saint-Luxia gibt es auch eine englisch-basierte Kreol-Sprache, gibt es beides, das ist sehr interessant. Das hätte ich gerne mal erforscht, aber die politische Situation war so instabil, ich habe es da nicht getan. Grenada, Trinidad und Tomago. Und wie gesagt, Tahiti ist die Sprache, in der man am leichtesten begegnen kann. Und da oben Louisiana mit sowohl Französisch, also es gibt da Louisiana Französisch, eine begonnenere Varietät des Französischen, die auch jetzt nicht mehr gut erforscht werden kann. Und Louisiana Phenolik, das ist was anderes. Und das ist auch inzwischen nicht mehr so gut zu erforschen. Es gibt aber Forschungen auch von relativ jungen Leuten, also jungen Leute, so jungen auch nicht, aber so die Generation, meine Generation, die danach, also ich bin jetzt nicht jung, aber die danach ist vielleicht noch etwas jünger. Aus meiner Sicht, da gibt es Forschungen zum Louisiana-Alektronischen. Ja, achso, französische Indianer haben sie da auch noch. Ja, die sind alle sehr eng miteinander verwandt. Und für Leute, die sich nicht gut auskennen, ist es manchmal schwierig, das zu unterscheiden. Ich habe immer mal versucht, um ein bisschen einzudenken, da Sprachbeispiele im Internet zu finden. Und da muss man immer gucken, welches ist das denn eigentlich? Es steht ja nicht immer gleich dabei. Und da ist es mir schon passiert, dass ich Martinique-Kleolisch und Haitianisch oder Haitisch miteinander verwechselt habe. Das ist doch alles sehr nah miteinander. Anders sieht es aus mit den Bibel-Kleol-Sprachen des pazifischen Raums. Mauritius und Haitianisch und Seychelles. Und da ist es wirklich dann doch etwas anders als Karikische-Kleolisch. So, zur Illustration habe ich Ihnen hier mal einen kurzen Text auf Seychelles-Kleolisch mitgebracht. Der ist aus einem Sammelband über Kreol-Sprachen von einem Herrn namens Holm. Und wenn Sie sich den Text so anschauen, das ist jetzt nicht die in Bamberg entwickelte aktuelle Orthographie. Das ist noch so eine Vorversion mit dieser Tilbe auf Nasalvokalen. In der endgültigen offiziellen Orthographie hat man dafür ein N dann genommen. Und ja, wenn Sie den Text so anschauen, wird der Ihnen wenig sagen. Wenn Sie den aber hören würden, und ich lese ihn mal vor, dann ist es zumindest für Leute, die Französisch können, schon leichter zu verstehen, was da gesagt wird. Und vielleicht haben Sie jetzt schon verstanden worum es geht, wenn Sie Französisch können. Weil das doch eine gewisse Ähnlichkeit hat. Ja, es ist also eine Geschichte, die geht los mit Es war einmal. Diana, Es war einmal. Ti, Präteritum, Anna ist sowas wie präsentativ. Ilia auf Französisch. Ein Foua, einmal. Ein Foua, einmal. Ein Foua, einmal. Dans Paysselle, im Land der Seychellen, im Seychellenland. Ianna, es gibt. Ein Leroy. Ein, ein. Und Leroy ist der König. Leroy. Ein Leroy. Ki, Ti, Tiana, ein Grand Bassin. Und der ist wieder dieser, es ist präsentativ, das bedeutet aber in diesem Fall haben. Und der hatte ein großes Becken, ein großes Beckschwimmbad. Ein großes Schwimmbad, ein großes Becken. Ladan, dort drin. Jeden Morgen, tous les bons matins, oder alle Morgen, tous les bons matins, il prend son Bain, nahm er sein Bart. Denn, oder weil, der Doktor, der Arzt, es ihm empfohlen hatte. Parce que, Doktor, il fin recommande li. Recommande kann man vielleicht erkennen. Recommande, empfehlen. Und der Dativ ist jetzt nachgestellt. Recommande li. Ne, das würde natürlich in Französisch so nicht gehen. Und das fin, vor dem Verb, stehen immer irgendwelche Tempus, Aspektelemente. Das soll sagen, dass das vorher passiert ist. Fin. Sozusagen ein, sowas wie haben, perfekt. Weil es der Doktor ihm empfohlen hatte. Doktor, il fin recommande li. Il jour, il jour, eines Tages. Il arrive, dans un bord bassin. Kommt er an den Rand des Beckens. Dilo, ist das Wasser. Also, de lo, auf Französisch, das Wasser. Dilo. Isan, das Wasser ist schmutzig. Il pas cap à peigne. Er konnte nicht schwimmen. Also, auf Französisch heißt es natürlich capable, die Fähigkeit haben, aber hier ist es einfach nur können. Il pas cap à peigne. Also, er konnte nicht schwimmen. Leroy, il appell gardien, rief den Wächter und schimpfte ihn aus. Isuri, jure französisch, Isuri. Das ist ein anderes Suhr, als das Suhr, was wir gerade hatten bei Teil. Ja, also Sie sehen, wenn man einmal weiß, wie es geht, es ist ziemlich einfach, es gibt keine richtige Flexion, sondern es gibt Pronomina und vor dem DAP wird dann irgendwie ein Tempus-Element T für das Plateritum, FIN für PERFECT, in diesem Fall sogar PLUS-GAM PERFECT, weil das Ganze ja in der Vergangenheit spielt. Es wird aber nur am Anfang angezeigt mit dem ersten T. Also, und ansonsten sind die Wörter unveränderlich. Es gibt offenbar keinen definiten Artikel, einen indefiniten N, das E mit der Tilde hier gibt es, aber keinen definiten Artikel. Die definiten Artikel des Französischen sind irgendwie angewachsen an das jeweilige Substantiv, also Leroy zum Beispiel und Dilo ist auch ein Wort und ansonsten keine Artikel. Es gibt andere Kriotsprachen, die haben einen Artikel, aber hier nicht. Aber dieses Prinzip, dass die Morphologie sehr einfach ist, mit einfachen Partikeln und eben nicht mit einer Flexion, wie wir das kennen, wo eben irgendwas, Endungen irgendwo angeklebt sind, das gibt es nicht. Aber wenn Sie darüber nachdenken, wenn Sie Französisch machen und gesprochenes Französisch sich vor Augen führen, dann merken Sie, dass im gesprochenen Französischen ja auch Endungen nicht mehr so eine Rolle spielen. Das ist ja einfach in gewisser Weise eine Weiterentwicklung. Ja, gut, dann kommen wir schon zur Zusammenfassung. Ich glaube, es ist dann nicht mehr viel Zeit, auf Texte oder Sprachbeispiele einzugehen. Wir haben die Romania Nova kennengelernt, also eine Romania, die aus romanischen Sprachen eine Weiterentwicklung darstellt. Das kann ein bisschen eine Weiterentwicklung sein. Man sagt, gut, aus dem Französischen entwickelt sich dann ab dem 17. Jahrhundert das Übersee-Französische, das Kanada-Französische. Das ist aber dann eben eine Entwicklung aus dem Französischen heraus. Oder die Entwicklung kann sehr weit gehen, also aus dem besprochenen Französischen entwickelt sich durch Sprachwechsel eine Kreolsprache. Das ist auch Romania Nova. Und ja, wie gesagt, Nova bedeutet eben nicht direkt aus dem besprochenen Latein, sondern eben eine Weiterentwicklung der romanischen Sprache, wie auch immer. Dann haben wir die Romania Submersa, die Romania Submersa, die untergegangene Romania, wobei wir den Sonderfall des Judenspanischen betrachten müssen, das ist auf wenige Sprecher untergegangen ist, obwohl es von Mania Nova ist. Das ist nämlich eine Weiterentwicklung der Spanischen. Das hatte ich vorhin gar nicht vollständig erklärt. Es kommt dadurch zustande, dass im 15. Jahrhundert nach der Reconquista aus Spanien Juden vertrieben werden und die begeben sich dann Richtung Osten im Mittelmeerraum, erst nach Italien, dann den Balkan in die Türkei und von daher entwickelt sich dann dort auf dem Balkan in der Türkei diese Sprache etwas weiter und ist es eben nicht mehr Spanisch. Das hat Juden Spanisch. Ja, andere untergegangene Romania die Lingua Franca auch eine neue also Romania Nova und untergegangen und also die Lingua Franca ist nun vollkommen untergegangen Juden Spanisch gibt es ja noch vereinzelt und die eigentliche Romania Submersa ist eben die die aus der alten Romania sich weiterentwickelt hat und dann eben verschwunden ist in Nordafrika und in der alledarmatischen Küste ja und das ist eben der ganze Rest die Romania Continua Romania Continua weil sie in Europa kontinuierlich zusammenhängt das ist die es geht immer ineinander über mit Ausnahme der Balkan Romania Balkan Romania ist getrennt räumlich aber die übrige europäische Romania wenn sie in Portugal anfangen dann können sie wandern das erinnert sich immer ein bisschen bis sie dann nach Süditalien kommen es hängt alles zusammen und deshalb Continua räumlich kontinuierlich die Balkan Romania eben nicht die ist eben getrennt Runde ist natürlich auch Sardinien getrennt aber das Meer ist nicht so eine große Grenze da kommt man relativ leicht drüber also zumindest wenn sie von der Toskana kommen können sie über Elba nach Korsika leicht gelangen und von Korsika nach Sardinien direkt nach Sardinien von Italien aus das ist schon etwas komplizierter aber man rechnet eigentlich das Sardische und das Korsische sowieso immer noch in die Romania Continua wo es natürlich durch das Meer getrennt ist die Balkan Romania ist nun wirklich weit weg und dann bedeutet Romania Continua auch zeitlich kontinuierlich denn im Gegensatz zur Romania Nova sind die romanischen Sprachen direkt aus dem gesprochenen Latein entstanden und sind also Weiterentwicklungen des gesprochenen Lateins ein bisschen ist die Ibero Romania eine Ausnahme denn das was sich aus dem gesprochenen Latein direkt entwickelt hat in Südspanien das Mosarabische ist ja verschwunden mit der sogenannten Reconquista und bei der Reconquista hat sich eben das Kastilische aus dem Norden Spaniens ausgedehnt nach Süden und im Übrigen auch das Gallego Portugiesische und das Katalanische und die haben also Territorium dazu gewonnen und dadurch ist das im Grunde das was jetzt im Süden Spaniens gesprochen wird nicht das was original dort gesprochen wurde da ist nicht diese Kontinuität aus dem Lateinischen da sondern dazwischen steckt eben noch das Kastilische das Kastilische ist ja eigentlich im Norden Spaniens angesiedelt im Burgos und hat sich dann weiter verbreitet das heißt also die Varietäten von Burgos sind sozusagen sekundär weiterentwickelt und dann natürlich nochmal wenn das Andalusische betrachtet als Varietät des Spanischen ist das dann ein Tertiär Dialekt während die Varietäten die sich direkt aus dem besprochenen Latein entwickelt haben als Primär Dialekte bezeichnet werden dann hatten wir es mit Sprachkontakt zu tun das Juden Romanische steht in Kontakt und das Spanische kommt auf den Balkan kommt dort in Kontakt mit den dortigen Sprachen und natürlich das Hebräische hat da noch einen gewissen Einfluss die Kreolsprachen das habe ich Ihnen erläutert wie die durch Sprachkontakt entstanden sind insbesondere durch Sprachwechsel und wir hatten vorhin ein Beispiel für Sprachkontakt Das Gallo in der Bretagne oder im Sprachkontakt das Maltesische ist auch eine solche Kontaktsprache es ist eigentlich Arabisch aber sehr stark durch das Sizilianische Italienisch und das Italienische an sich auch beeinflusst denn Italienisch war Schriftsprache aus Malta bis 1936 wenn wir Baskisch Bretonisch und Maltesisch auch noch betrachten wollen das würde man gerne in der Romanistik tun brauchen wir ein neues Konzept der Romanistik also nicht nur in die romanischen Sprachen sind betroffen sondern eben auch noch Kontaktsprachen Kontaktsprachen die sehr eng mit dem Romanischen verzahnt sind alle Sprecher des Maskischen sind entweder Spanisch oder Französisch sprach ich also es mag ganz wenige geben die vielleicht Baskisch in Amerika sprechen die das nicht sind aber im Baskenland selber sind die alle wenigstens zweisprachig und alle Bretonen sprechen auch Französisch und bis 1936 und auch noch danach also sagen wir bis in die 40er 50er Jahre sprachen alle Malteser Italienisch und ab den 40er 50er Jahren sprechen alle Malteser auch Englisch das heißt also wir haben da auch einen starken Kontakt erstmal mit romanischen Sprachen und jetzt mit dem Englischen das führt ja auch dazu dass die Anglistik sich ein bisschen für das Maltesische interessiert und die Romanistik eben auch und dieses neue Konzept der Romanistik das ist eben dieses was eben auch den Sprachwechsel beinhaltet im Moment geben Sie mir noch eine Minute dann haben Sie es ja noch schriftlich die Romanistik beschäftigt sich mit der Fortsetzung des gesprochenen Lateins also mit den romanischen Sprachen dem romanischen Sprachkontakt und da haben Sie es und den Weiterentwicklungen der romanischen Sprachen dann haben Sie die Kreolsprachen auch noch mit dabei also hier haben Sie eine umfassende Definition der Romanistik insbesondere in Bezug auf die Sprachwissenschaft aber auch auf die Kulturwissenschaft und Literaturwissenschaft damit bin ich am Ende und dann setzen wir das nächste Woche fort Ja Vielen Dank.